Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne 75 unterschiedliche, kaum bekannte Einkommensströme vorstellen. Wenn ihr Fragen zu diesen unterschiedlichen Einkommensströmen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentarsektion. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut auch gerne nochmal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coachingprogramm. Aber nun, genug der Werbung, genug des Redens, viel Erfolg und viel Spaß mit diesem Tutorial. Aber gut, fangen wir doch mal mit dem ersten Einkommensstrom an. Und dieser nennt sich Gumroad Discover bzw. Recommended by Gumroad. Gumroad Discover ist ein Tool, das es uns erlaubt, über die Hosting-Plattform Gumroad organisch Reichweite aufzubauen. Nämlich viele von euch wissen, dass ich hier einige von meinen Produkten über Gumroad gehostet habe. Beispielsweise mein Flipping-Booklet oder beispielsweise solche Dinge wie eine morgendliche Mitgliedschaft, die ich jetzt derzeit da bin, anzubieten. Ich habe einige Kurse auf Gumroad und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe derzeit insgesamt so sechs, sieben Produkte auf Gumroad drauf. Das ist nicht besonders viel, aber mit diesen sechs, sieben Produkten mache ich einiges durch halt praktisch dieses Tool Gumroad Discover. Also ich verdiene natürlich ein wenig Geld. Nämlich, ich mache natürlich für die Produkte eigenes Marketing. Das heißt, ich verkaufe diese aktiv zum Beispiel über einen YouTube-Kanal oder verkaufe diese aktiv über meinen Newsletter oder verkaufe diese aktiv über zum Beispiel meine Social-Media-Kanäle. Aber es gibt wie gesagt auch dieses Gumroad Discover, was einfach Gumroads Tool ist. Und dieses Tool macht praktisch folgendes, nämlich wenn eine Person ein Produkt kauft, das meinem sehr ähnlich ist, dann kann es gut sein, dass dieser Person, nachdem sie das Produkt gekauft hat, mein Produkt vorgeschlagen wird. Das heißt, Gumroad macht praktisch folgendes. Sie geben den Leuten ein Up- bzw. Downsell, nachdem sie bereits ein Produkt gekauft haben. Und dieses Up- bzw. Downsell ist in meisten Fällen nicht von der Person, wo das Produkt gekauft wurde, sondern halt praktisch von einer anderen Person, zum Beispiel halt mir. Das heißt, wenn jemand anders einen Online-Kurs kauft, dann kann es gut sein, dass wenn diese Kurse thematisch ähnlich sind, dass dann mein Kurs auch nochmal der Person nach dem Kauf als Upsell bzw. Downsell vorgeschlagen wird. Wie viel Geld mache ich damit? Ziemlich genau zwei bis drei Prozent meiner Sales kommen praktisch hier raus. Das heißt, im Monat sind das circa irgendwas zwischen 60 bis 100 Euro vielleicht, die ich damit rauskriege. Das ist jetzt nicht besonders viel, bloß haben oder nicht haben. Ich meine, 60 oder 100 Euro ist schon gar nicht schlecht. Und nicht vergessen, ich habe halt nur ungefähr sechs oder sieben Produkte auf Gumroad drauf. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt die Plattform Flut mit Produkten und würdest 100, 200 Produkte hochladen, weil du halt so viele hast. Kann gut sein, dass du schon alleine damit dann dir einen wirklich guten Einkommensstrom aufbauen kannst. Genau, gehen wir dann mal zum nächsten Einkommensstrom über. Und viele werden jetzt sicherlich sagen, was, Spotify, das ist doch die App bzw. die Website, wo ich mit Musik hören kann. Und ja, das ist auch korrekt. Bloß, ich glaube, viele von euch haben vielleicht sich noch nicht damit beschäftigt, wie viel Geld du eigentlich mit Spotify verdienen kannst. Nämlich für eine Million Streams erhältst du auf Spotify 4.000 Euro. Natürlich, oder 4.000 Dollar. Das ist natürlich jetzt nicht extrem viel. Und sicherlich viele werden sich jetzt fragen, wie komme ich zu einer Million Streams. Und ich muss euch da zum, um ehrlich zu sein, sagen, ich bin auch kein Experte. Ich wüsste auch nicht, wie man zu einer Million Streams kommt. Bloß ist das, das ist auf jeden Fall noch mal eine Einnahmequelle, die ich nicht unbedingt euch vorschlage. Bloß, wir hatten ja schon mal hier in anderen Videos über TuneCore gesprochen. TuneCore ist eine Plattform, wo du mit deine Produkte oder deine Musik verkaufen kannst auf mehreren Plattformen. Das heißt beispielsweise über Amazon Music, über Apple Music, dann natürlich auch über Spotify und so weiter und so fort. Und indem du halt auf diesen ganzen unterschiedlichen Plattformen deine Musik hast, kann es gut sein, dass du hier vielleicht mal 100 Euro im Monat herbekommst. Da 50, da 200 und so weiter und so fort. Und je größer du natürlich auch als Künstler wirst, desto mehr Geld kannst du verdienen. Und Spotify in Sicht, da werde ich niemals euch sagen, außer ich werde jetzt auf einmal mutieren zu einem Musiker. Davon gehe ich nicht aus. Aber ich werde mich nie hier Expert auf diesem Gebiet nennen. Bloß ist es natürlich eine Einnahmequelle, die vielleicht viele Leute ignorieren bzw. bisher noch nicht kennen, weil sie eigentlich nur Konsument sind, aber nicht Produzent, weil sie möglicherweise halt nur über Spotify Musik hören, nicht aber selbst mal daran gedacht haben, Musik zu produzieren. Also wenn du Musiker bist und du möchtest vielleicht ein bisschen Geld verdienen, vielleicht hast du ja die Möglichkeit oder irgendwie die Chance, ein wenig Geld zu verdienen über Spotify. Dann die nächste Plattform ist Linosaur. Linosaur ist eine Plattform, die relativ ähnlich zu Gengo bzw. Rev.com ist oder auch zu solchen Plattformen wie GoTranscript. Hier geht es wieder darum, dass Leute praktisch dir einen Text zu schicken und diesen Text sollst du halt übersetzen. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, jemand will eine E-Buch-Übersetzung, da wird dir praktisch diese E-Buch-Übersetzung zugeschickt oder da wird dir halt dieses E-Buch zugeschickt und du sollst praktisch dieses E-Buch übersetzen. Und du kannst halt in allen möglichen Sprachen arbeiten. Wenn du Deutsch kannst, übersetze halt ins Deutsche. Wenn du zum Beispiel gut Polnisch kannst, dann übersetze halt ins Polnische und so weiter und so fort. Linosaur ist auch nochmal eine Plattform, die du halt vielleicht nochmal als Kleineinkommenstrom sehen könntest. Nämlich, wenn du beispielsweise schon über solche Plattformen wie Rev oder GoTranscript oder Gengo oder so arbeitest, wäre Linosaur nochmal eine weitere Plattform. Oder Linosaur, oh Gott, Linosaur natürlich wäre eine Plattform, die sich hier vielleicht lohnen könnte. Musst du mal schauen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich weiß, dass einige von meinen Flipping-Schülern über Linosaur Geld verdienen. Ich selbst bin nicht auf Linosaur derzeit. Bloß, ich hatte in den letzten Tagen einige Nachrichten erhalten, ob ich die Plattform bereits kenne. Ich kannte sie vorher nicht und ich dachte, ich teile sie mal mit euch, weil es wieder eine weitere Plattform ist, wo du halt durch Übersetzung Geld verdienen kannst. Dann, die nächste Plattform ist HomeRocket und hierbei handelt es sich um sogenannte patriarchische Nachrangdarlehen, was einfach nur bedeutet, dass du praktisch hier Geld investierst und erhältst dann halt eine bestimmte Verzinsung auf dein, oder eine bestimmte Rendite, sag ich jetzt mal, für dein Investment. Und es kann gut sein, dass zum Beispiel du eine bestimmte Anzahl an Zinsen bekommst, sagen wir mal 4, 5, 6, 7, 8 Prozent, tatsächlich pro Jahr. Plus halt nochmal, es kann sein, dass du eine Exit-Beteiligung hast. Es kann sein, dass du halt an anderen Dingen beteiligt wirst. Und HomeRocket an sich ist eine Plattform, wo du halt in Immobilien investieren kannst. Es gibt neben HomeRocket auch nochmal weitere Plattformen, die halt unter dieses Rocket, sag ich jetzt mal, unter diese Rocket-Brand gehören. Nämlich zum einen ist das Green Rocket und zum anderen ist das Lion Rocket. Green Rocket ist eine Plattform, wo du halt in grüne Investments oder in grüne Projekte investieren kannst. HomeRocket natürlich klar in Immobilien und dann Lion Rocket ist in etablierte Unternehmen. Das heißt Unternehmen, die halt wirklich schon Geld machen und die keine Startups sind. Genau, an sich die Plattform ist gigantisch. Ich habe sie seit den Kinderschuhen, sag ich jetzt mal, beobachtet. Nämlich ich kenne Wolfgang Deutschmann, einen der, ich glaube, derzeit Geschäftsführer von der Plattform, kenne ich sehr, sehr gut. Wir hatten früher mal viel miteinander geschrieben. Und Wolfgang, wie gesagt, hat daraus ein riesen Business gemacht. Ich glaube auch Gerhard Hörn ist dabei, also nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Aber ich glaube, wie gesagt, er ist da auch investiert und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Plattform. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich selbst bin auch auf Green Rocket investiert. Ich bin bisher noch nicht auf HomeRocket investiert, habe dies aber vor. Und an sich, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Plattform. Dann die nächste und letzte Plattform ist die Plattform ArtNet. Nämlich wenn du ein Künstler bist und du erstellst, sag ich jetzt mal, moderne Kunst, dann kannst du diese hier jederzeit über ArtNet Auctions verkaufen. Das ist also wirklich eine Plattform, die sich nochmal lohnen könnte. Wir hatten ja bereits über andere Plattformen gesprochen. Ich glaube, wir hatten mal über ArtCloud gesprochen. Wir hatten über weitere Plattformen gesprochen, wo du halt deine Kunst verkaufen kannst. ArtNet ist nochmal eine weitere Plattform, wo ich einige Leute kenne, die halt hier ihre Kunst verkaufen. Nochmal, es geht hier wirklich nur um moderne Kunst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein teures Bild von, wem weiß ich, einer Wand hast oder findest, einen Rembrandt in deinem Keller, wäre schön, aber dann könntest du diesen hier nicht über die Plattform verkaufen. Hier geht es halt wirklich nur eher um moderne Kunst. Das heißt, wenn du dich ausleben möchtest und vielleicht dir sagst, ja, ich werde Künstler, dann kannst du halt hier probieren, deine Kunst zu verkaufen. Auch, obwohl ich sagen muss, dass ich, ja, also ich persönlich bin kein großer Fan von moderner Kunst. Das soll jetzt aber hier auch nicht mit reinspielen. Aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass du extrem viel Geld über ArtNet verdienen kannst. ArtCloud ist schon mit die größte Plattform. ArtNet ist jetzt nochmal eine von den weiteren Plattformen, die jetzt gerade hinzugekommen sind oder halt schon seit einiger Zeit existieren, aber die eher zu den neueren Plattformen gehören. Dann musst du mal gucken, ob das für dich irgendwelche Früchte trägt. Ich kann es dir, wie gesagt, nicht genau sagen. Ich kann aber gerne mal ein Interview mit meinem ehemaligen Mitschüler machen, der halt hier über die Plattform verkauft. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es gerne in die Kommentarsektion. Übrigens, wenn ihr mehr über das Thema Geld verdienen wissen möchtet und ihr möchtet wissen, wie ich mir haufenweise Einkommensströme aufgebaut habe, wie zum Beispiel das Icon-Business, ein T-Shirt-Business, Online-Kurs-Business, Kindle, Affiliate-Marketing und so weiter und so fort, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem neuen Kurs, dem Geld verdienen im Internet-Meister-Kurs. Für ganz, 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 ganz kurze Zeit kannst du dich nur noch in diesen Kurs für 9,99 Euro einschreiben. Deswegen nutze diese Chance. Ich weiß nicht, wie lange der Preis noch existiert. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich der Link. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit dir wieder über fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommensströme sprechen. Ich möchte dir hier in diesem Video zeigen, wie du Geld mit deinen Online-Kursen verdienen kannst. Ich möchte mit dir über Themen sprechen, wie zum Beispiel mit Fotos Geld verdienen. Ich möchte dir ein paar Tools zeigen und wie immer vieles mehr. Übrigens, wenn du dich in meinen Geldverdienen im Internet-Kurs einschreiben möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu diesem Kurs. Ich kann ihn dir wirklich nur empfehlen. Bisher haben sich extrem viele Leute in diesen Kurs eingeschrieben. Er hat Top-Bewertungen bekommen. Der ist 6,5 Stunden lang und ich zeige dir in diesem Kurs für gerade mal 9,99 Euro, wie du dir mehr als 25 unterschiedliche Einkommensströme aufbauen kannst. Falls dich das interessiert, schau gerne in die Videobeschreibung. Falls nicht, natürlich auch kein Problem. Dann schau dir einfach weiter dieses Video an. Würde mich freuen. Der Kurs, wie gesagt, befindet sich für 9,90 Euro in der Videobeschreibung. So, fangen wir mal an mit dem ersten Einkommensstrom. Dieser nennt sich LinkedIn Learning. Früher hieß diese Plattform Linda und ich weiß noch ganz genau, als ich meine ersten Kurse publizierte, damals auf der Plattform Udemy, hatte ich auch vor, auf der Plattform Linda meine Kurse zu veröffentlichen. Irgendwie war das Ganze aber ein bisschen kompliziert. Man musste sich damals dort anmelden, musste praktisch auch dann von dieser Plattform angenommen werden. Es war auch eher eine Option für Leute, die bereits schon eine sehr große Brand hatten. Und für mich war das damals keine Option, weil ich wirklich noch ein damals, ja, 17-jähriger Typ war, der einfach Kurse im Internet publizierte und übrigens damals auch nicht mit besonders hoher Qualität. Und heute hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt. Heute heißt diese Plattform LinkedIn Learning. Ich habe mir echt sein erst über ein Coaching in den letzten Tagen von dieser Plattform gehört und ich freue mich sehr, dass ich immer wieder auch durch meine Coachings auf neue, unterschiedliche Plattformen komme. Und LinkedIn Learning an sich scheint eine sehr gute Option zu sein, auch für die Leute, die nicht nur Kurse auf Englisch unterrichten, sondern auch Kurse auf Deutsch unterrichten. Ob es nun zum Beispiel Kurse rund ums Thema, sag ich jetzt mal Design ist, Photoshop, UI oder was auch immer. Es sind hier aber auch übrigens Kurse gefragt, wie zum Beispiel im Bereich Business Development, Programmierung, Marketing und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich hast du hier die Möglichkeit, jede Art von Kurs zu unterrichten und du hast die Möglichkeit, über diese Plattform Geld zu verdienen, wenn du halt gewillt bist, gute Kurse zu erstellen. Du musst dich hier wieder bei der Plattform anmelden. Das heißt, du musst praktisch dich bewerben, um einen Platz hier auf der Plattform, was ich im Echtzeit ein bisschen unschön finde, was natürlich aber auch ein bisschen hier, sag ich jetzt mal, die Spreu vom Weizen trennt, nämlich die Leute, die wirklich gute Kurse unterrichten und die, sag ich jetzt mal, schon ein Portfolio an Kursen haben, haben es hier sehr viel einfacher aufgenommen zu werden, als Leute, die möglicherweise noch nie einen Kurs erstellt haben. Dann natürlich die nächste Plattform ist Lion Rocket. Lion Rocket ist eine Plattform, die, sag ich jetzt mal, nach dem, sag ich mal, Crowdfunding-Prinzip funktioniert, nämlich es handelt sich dabei um eine Plattform oder eine Möglichkeit, Geld in Projekte zu investieren. Es gibt unterschiedliche Plattformen in diesem Bereich, nämlich es gibt einmal die Plattform Green Rocket, es gibt dann auch die Plattform Home Rocket und es gibt die Plattform Lion Rocket. Green Rocket ist für grüne Projekte, Home Rocket ist für Immobilieninvestments und Lion Rocket ist, sag ich jetzt mal, eine Option, in etablierte Unternehmen zu investieren und diese Option finde ich persönlich sehr interessant und auch sehr spannend, einfach nur aus folgendem Grund, weil nämlich, wenn du in grüne Projekte investierst, du nie genau weißt, weil das meist Startups sind, ob du tatsächlich Geld damit machen wirst, also ob du dein Geld zurückbekommst. Bei, sag ich jetzt mal, Immobilienprojekten kann man sich schon sehr viel sicherer sein. Ich persönlich mag es aber auch ganz gerne, in, sag ich jetzt mal, etablierte Unternehmen zu investieren, weil ich dann zumindest weiß, diese Leute wissen, wie man Geld macht. Und Lion Rocket bietet dann eine Möglichkeit, in sogenannte patriarchische Nachrangdarlehen zu investieren und du kriegst meist hier, sag ich jetzt mal, eine Rendite von 5 bis 7 Prozent raus, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Kann ich sehr empfehlen. Ich persönlich bin selbst auch bei Green Rocket derzeit investiert, werde aber auch einige in einige Projekte investieren, hinsichtlich Home Rocket und Lion Rocket und habe mir da so einige Plattformen oder beziehungsweise einige Firmen schon ausgeguckt. Dann die nächste Plattform nennt sich PROS. PROS ist eine Plattform, wo ich normalerweise eigentlich sehr empfehlen kann zu flippen. Flippen für all die Leute, die es jetzt nicht wissen, ist einfach nur ein Prozess, wo ich eine Dienstleistung für sehr viel günstiges Geld outsource, wie als das Geld, sag ich jetzt mal, das ich bekommen habe, nämlich beispielsweise, wenn eine Person zu dir ankommt und sagt, ich hätte gerne ein Logo, sag ich jetzt mal, für 50 Euro und du kennst jemanden anders, der macht es für 10, dann würdest du halt den Auftrag entgegennehmen für 50 Euro und würdest die andere Person den Auftrag machen lassen für 10 und hält es halt, zack, in diesem Falle 40 Euro gemacht. Und bei PROS wird dasselbe Prinzip funktionieren, nämlich dann natürlich hinsichtlich Übersetzungen, nämlich du kannst hier noch Übersetzungsaufträge schauen, kannst dann dich für diese Aufträge bewerben und wenn du sie bekommst, kannst sie natürlich jederzeit von anderen Leuten machen lassen, also praktisch outsourcen und damit Geld verdienen oder wenn du selbst Übersetzer bist und du sagst, gut, ich spreche halt mehrere Sprachen, dann kannst du hier natürlich jederzeit auch auf die Plattform gehen und über die Plattform Geld verdienen. Einfach oben auf Find Work klicken, das sehen wir auch übrigens hier, einfach auf Find Work klicken, dort befinden sich haufenweise Aufträge, du brauchst dann hier einen Account, wo du praktisch auch ein wenig Geld pro Jahr zahlen musst, das sind ziemlich genau, glaube ich, 110 Dollar pro Jahr, also vielleicht ein 10er ungefähr im Monat und dann kannst du dich hier für Aufträge jederzeit bewerben und wenn du halt ein paar Aufträge bekommst, hast du das Geld schon auf jeden Fall raus und bei größeren Aufträgen kann es gut sein, dass du viele, viele hundert, wenn nicht sogar viele, viele tausend pro Auftrag verdienen wirst. Prost an sich ist so eine Plattform, wo ich jetzt sage, gut, da ist das so ein bisschen wie so ein Piranha-Becken, du schmeißt ein bisschen was an Essen rein und auf einmal kommen die ganzen Piranhas an und stürzen sich drauf und schlussendlich kriege ich dann vielleicht nur eine Piranha, das bisschen Essen und genau wie gesagt, so ist es bei Prost, du hast halt hier sehr viel Konkurrenz, das muss man halt im Vorhinein sagen, wenn du dich auf Aufträge bewirbst, kann es gut sein, dass diese Leute dich nicht nehmen werden, weil einfach so viele andere Leute sich bewerben und sie schon vorher jemanden gewählt haben und genau deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, tatsächlich, sobald die Aufträge reinkommen, tatsächlich auch eine Anfrage zu schicken und zu sagen, hey, ich würde gerne Ihren Auftrag abarbeiten, ich gebe Ihnen eine Bestpreis-Garantie, ich gebe dir halt ein sehr, sehr günstiges Angebot, da schickst du halt raus das Angebot und dann können sich die Leute entscheiden, sie kriegen aber nur das Angebot, wenn sie jetzt sofort Ja sagen. Hier ist wie gesagt immer der ganze Bereich Copywriting sehr entscheidend, nämlich, dass du praktisch eine ordentliche E-Mail aufsetzen kannst, dass du dich ordentlich ausdrücken kannst, dass du kommunizieren kannst mit Leuten und natürlich, dass du auch gut übersetzt. Prost, wie gesagt, ist eine Plattform, wo du sehr, sehr viel arbeiten wirst, wo du höchstwahrscheinlich jetzt nicht Zehntausende von Euro im Monat verdienen wirst, wo du aber auf jeden Fall schon mal, ja, vierstellig verdienen kannst, wenn du dich ordentlich anstrengst. Dann, die nächste Plattform nennt sich Transcribe.me. Transcribe.me ist sehr ähnlich zu diesen Plattformen wie GoTranscript oder auch Ref oder auch Gengo. Das sind vier unterschiedliche Plattformen, wo du Transkriptionen anbieten kannst und wo du damit Transkriptionen Geld verdienst. Transcribe.me ist sehr ähnlich zu GoTranscript. Du kriegst Aufträge, du kannst dir jede Zeit auch diese Aufträge nehmen und damit dann Geld verdienen. Wie ich das Ganze angehen würde, wäre einfach wie folgt, nämlich du kriegst dann praktisch wieder eine MP3-Datei. Diese MP3-Datei kannst du verwenden, um, sag ich jetzt mal, solltest du verwenden, um praktisch die Transkriptionen zu erstellen. Du nimmst diese MP3-Datei, gibst dir zum Beispiel, ja, weitere Personen und flippst das Ganze. Das heißt, die Person macht wirklich die Transkriptionen oder du nimmst die MP3-Datei und erstellst die Transkriptionen selbst oder du nimmst die MP3-Datei und nutzt eine Diktierfunktion, um erstmal den Text so gut wie möglich aus Papier zu bekommen. Da bieten sich drei Softwares, sag ich jetzt mal an, nämlich du kannst jederzeit die Kostenfreiheit von Google nehmen, einfach ein Google-Dokument nehmen und dann FN auf deine Tastatur zweimal drücken und es beginnt die Diktierfunktion. Dasselbe ist es übrigens auch bei Apple. Das heißt, wenn du jetzt einen Apple-Computer hast, dann hat dieser Apple-Computer auch eine Diktierfunktion drin. Das müsste auch ein Doppelklick auf FN sein auf deiner Tastatur und du kannst natürlich auch jederzeit solche Softwares nehmen, wie Dragon Dictation, um damit Transkriptionen anzufertigen. Das ist wie gesagt eine Option. Die Transkriptionen werden nicht perfekt sein. Du musst sie dann halt bloß noch perfekt machen, weil diese Plattformen wirklich davon ausgehen, dass du perfekte Transkriptionen lieferst. Und dann natürlich die letzte Plattform, die ich dir auch nochmal empfehlen kann. Hier handelt es sich eher um ein Tool, ist SmugMug. Nämlich ich habe öfter mal schon auf diesem Kanal hier über Stockfotografie gesprochen und ich hatte gesagt, dass Stockfotografie an sich meines Erachtens nicht mehr besonders profitabel ist. Nämlich du wirst höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Fotos erstellen müssen, um überhaupt erst bei 1000 Euro zu landen. Es kann gut sein, dass du 3000, 4000, 5000 Fotos brauchst, um 1000 Euro im Monat zu machen. Du musst diese Fotos, sag ich jetzt mal, auf unterschiedlichen Plattformen hochladen, musst die ganzen Keywords festlegen und das ist natürlich haufenweise Arbeit. Und eine eigene Infrastruktur aufzubauen in diesem Bereich meines Erachtens ist das A und O. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel Fotos online anbietest und du publizierst die über Shutterstock, über Dreamstime, über Getty Images und so weiter und so fort und du verdienst dort gutes Geld, kannst du natürlich auch jederzeit Folgendes machen. Du kannst dann andere Aufnahmen oder wenn du jetzt nicht so lange auf Getty Images publizierst, kannst du natürlich auch deine Fotos weiterhin auf diesem Shop hier dann verkaufen. Nämlich SmugMug erlaubt es dir, sag ich jetzt mal, einen Shop aufzubauen und mit diesem Shop kannst du dir dann nochmal deine eigenen Fotos verkaufen. Ist das Ganze so sinnvoll? Ja, da kannst du natürlich höhere Preise nehmen und kannst dementsprechend auch zum Beispiel an Firmen herantreten und kannst sagen, hey, hier ist ein Foto, für eine Lizenz zahlt ihr 500 Euro pro Foto. Das ist tatsächlich in diesem Bereich oft so. Eher die großen Plattformen verscherbeln, praktisch die Aufnahmen für zum Beispiel, weiß ich nicht, 5 Euro, 10 Euro oder was auch immer. Wenn du die über deine eigene Plattform anbietest und du hast tatsächlich Firmenkontakte, kann es gut sein, dass diese mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend vor eine einzige Bildlizenz zahlen, obwohl mehrere tausend höchst unwahrscheinlich sind. Mehrere hundert sind dementsprechend eher wahrscheinlicher. SmugMug an sich ist wie gesagt eine Shop-Lösung. Das heißt, du bietest hier deine eigenen Fotos an. Es werden einige Dinge übernommen, Rechnungserstellung und so weiter und so fort. Müsstest du dir einfach mal alles nochmal kurz nachschauen. Aber an sich, soweit ich weiß, wird da die Rechnungserstellung von SmugMug übernommen. Das heißt, du kümmerst dich einfach nur darum, dass du halt Kunden bekommst und das meiste wird dann halt SmugMug für dich regeln. Schaut nochmal auf jeden Fall in die Terms of Service von SmugMug rein. An sich auf jeden Fall ein Tool, das ich euch empfehlen kann. Ich kenne einige Leute, weil ich auch relativ viele Leute tatsächlich im Bereich Stockfotografie nicht unbedingt coache, sondern eher begleite auf ihrem Weg. Diese Leute haben auch zum Beispiel einen eigenen Shop erstellt und viele haben mich dann auf SmugMug hingewiesen, weil es auf jeden Fall eine Option ist, einen Shop aufzubauen und nicht unbedingt das Ganze über Shopify oder Ähnliches zu machen, weil Shopify nicht unbedingt dazu da ist, um Fotos zu verkaufen. SmugMug ist dafür da. Genau, das waren also nun die Einkommensströme. SmugMug auf jeden Fall sehr interessant. Transcribe.me würde ich eigentlich nur nutzen, wenn du halt weitere Plattformen hast, wo du darüber Geld verdienst, zum Beispiel Plattformen wie zum Beispiel Fiverr oder Upwork oder Guru oder WorkCanner oder zum Beispiel im Transkriptionsbereich könnte das Ref sein oder es könnte Gengo sein oder es könnte GoTranscript sein. Dann würde ich halt hier auf jeden Fall im Jahr nochmal einen Account erstellen, dass du also auf mehreren Plattformen die Möglichkeit hast, nach Jobs zu suchen und diese halt hintereinander abzuarbeiten. Es ist grundsätzlich empfehlenswert, auf solchen Plattformen meines Erachtens nur zu arbeiten, wenn du halt Geld brauchst. Nämlich wenn du dir tatsächlich ordentliches Einkommen aufbauen möchtest, würde ich nach Einnahmequellen suchen, wo du dann halt auch passiv Geld verdienen kannst und wo du auch vielleicht mehr Geld pro Stunde bekommst. Nämlich du wirst hier höchstwahrscheinlich nicht mehr als maximal vielleicht 20, 30 Dollar pro Stunde bekommen. Ich gehe eher davon aus, dass du ungefähr zwischen 10 bis 20 Dollar pro Stunde bekommen wirst. Nochmal, das sind keine Euro, das sind Dollar. Das heißt, wir gehen davon aus, dass du vielleicht hier ungefähr zwischen 7 und 15 Euro pro Stunde verdienst. Ist nicht besonders viel, genau deswegen würde ich solche Plattformen nicht unbedingt als Haupteinnahmequelle dir empfehlen, außer du lebst jetzt vielleicht in einem Land, wo du wirklich nicht besonders viel Geld brauchst. Zum Beispiel sehr viele Leute in Indien, sagen wir mal, zum Beispiel meine Familie kommt ja auch aus Indien, die jetzt nicht unbedingt besonders viel Geld in Indien brauchen, vielleicht 500 Euro im Monat. Die können natürlich auf solchen Plattformen hier wirklich gute Gewinne erzielen und wenn die zum Beispiel 1000 Euro im Monat machen, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Einnahmequelle und vor allen Dingen verdienen sie auch sehr viel mehr Geld, als sie normalerweise vielleicht in ihrem erlernten Job verdienen würden. Für solche Leute ist natürlich das Internet eine absolut tolle Option. Und sonst natürlich solche Plattformen hier wie Prost, dort kannst du natürlich auch deine Dienstleistungen anbieten, auch in Kombi mit zum Beispiel solchen Plattformen wie Transcribe.me, Fiverr, GoTranscript, Guru, People Per Hour und so weiter und so fort. Einfach deine Accounts auf mehrere Plattformen erstellen, durchgehend nach Jobs suchen und vielleicht kriegst du halt einen Job pro Tag auf Fiverr, einen auf, sag ich jetzt mal, GoTranscript, einen auf Transcribe.me und so weiter und so fort und dann hast du halt, indem du diese Arbeiten geliest, auf einmal am Tag 70, 80 Euro hast und hast dann vielleicht im Monat vielleicht 2500 Euro verdienst. Das wäre natürlich super. Sonst zu investieren ist grundsätzlich nie schlecht. Achte einfach darauf, dass du halt nicht Geld investierst, das du nicht verlieren kannst. Nämlich du kannst hier auch 100% von deinem Geld verlieren. Das ist tatsächlich möglich. Ist bisher bei mir noch nicht vorgekommen, kann aber passieren. Deswegen investiere wirklich nur das Geld, das du hast und dann sonst noch solche Plattformen wie LinkedIn Learning. Wenn du deine Kurse bereits auf Udemy anbietest oder Skillshare oder wo auch immer und deine Kurse sind zum Beispiel nicht im Udemy for Business Programm, wo man ja derzeit eine Exklusivitätsklausel hat, sondern sind vielleicht nur auf Udemy, dann würde ich dir jetzt Tipp geben, deine Kurse auch nochmal über solche Plattformen wie LinkedIn Learning zu publizieren. Das ist meines Erachtens nie eine schlechte Idee und damit schaffst du es natürlich auch, deine Einnahmen nochmal zu erhöhen, obwohl du halt gar nicht neue Produkte erstellt hast, sondern diese Produkte einfach nur auf weiteren Plattformen publiziert hast. Genau, wenn du dich in meinen Geldverdienenden Internetkurs einschreiben möchtest, dann schau wie gesagt gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich der Link zu diesem Kurs für gerade mal 9,99 Euro. Das ist ein limitiertes Angebot. Würde mich also sehr freuen, wenn du dich einschreiben könntest. Sonst war es das hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte abonnier diesen Kanal und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen. Hier in diesem Video soll es mal wiederum ein paar vielleicht etwas kreativere Möglichkeiten gehen. Ich glaube, diese Möglichkeiten werden euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne jederzeit in die Kommentarsektion rein. Wenn ihr selbst noch andere Einkommenströme kennt, wo ihr beispielsweise Geld verdient, beziehungsweise von denen ihr mal bereits gehört habt, dann würde ich mich natürlich auch sehr über eure Inspirationen freuen. Schreibt sie gerne auch in die Kommentarsektion. Übrigens, wenn ihr euch in mein Geld im Internetverdienenkurs einschreiben möchtet, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zum Kurs. Gut, jetzt hören wir aber auf mit der obligatorischen Werbung. Fangen wir an mit dem ersten Einkommenstrom und dieser nennt sich Design on Click. Was genau ist Design on Click? Design on Click ist eine Plattform, wo du bei Wettbewerben teilnehmen kannst. Das sind einfach Wettbewerber, wo beispielsweise eine Firma ankommt und sagt, wir würden gerne eine neue Visitenkarte designen lassen. Und die Person, die das beste Design erstellt, bekommt dann von uns halt das Geld. Und ich bin normalerweise kein großer Freund von solchen Plattformen. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich bei Design on Click sehr, sehr skeptisch bin. Nicht jetzt hinsichtlich der Plattform, sondern hinsichtlich des Geschäftsmodells. Nämlich, wenn du beispielsweise als Designer gutes Geld verdienen möchtest, dann darfst du halt einfach nicht, sag ich jetzt mal, von morgens bis abends in irgendwelchen Contests teilnehmen und dann hoffen, dass du bei irgendeinem Contest mal gewinnt. Das gewinnt. Das ist nicht unbedingt das Sinnvollste, was man machen kann. Ich denke, es ist eher sinnvoll, beispielsweise auf Freelancing-Plattformen zu gehen oder seine eigene Agentur aufzubauen, sag ich jetzt mal, zu lernen, wie man ordentlich verkauft, wie man ordentlich vermarktet. Und dann wird man auch, nachdem man sich eine ordentliche, sag ich jetzt mal, Custom-Base aufgebaut hat, immer wieder Leute haben, die zu einem zurückkehren und von einem praktisch bestellen. Aber nehmen wir mal an, du hast jetzt wirklich eine große Flaut oder möglicherweise gibt es einfach mal Zeit jeden Tag, die du bisher nicht effektiv nutzt und du möchtest einfach deine Designfähigkeiten, sag ich jetzt mal, zur Schau stellen und möchtest auch beweisen, dass du wirklich ein guter Designer bist und vielleicht etwas Geld hinzuverdienen, möchtest dann, wie gesagt, sind solche Plattformen wie Design on Click gar nicht mal so schlecht. Hier, wie gesagt, gibt es dann einfach ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel die Erstellung von einem Visitenkartendesign oder die Erstellung eines neuen Logos oder was auch immer. Und dann die Firma, sag ich jetzt mal, oder die Agentur oder du als Einzelperson, die halt das beste Design erstellt, erhält dann praktisch das Geld für diesen Auftrag. Dann, der nächste Einkommenstrom ist dieser hier namens Limpo und ich muss ehrlich zugeben, dass ich jetzt auf einmal wieder ein bisschen mehr Motivation habe, trainieren zu gehen. Nämlich mit Limpo ist es praktisch so, dass wenn du deine Fitnessziele erreichst, dass du dann halt hier ein bisschen Geld dafür bekommst und wenn du praktisch das Geld verdient hast, kannst du irgendwann dieses Geld eintauschen gegen bestimmte Waren, zum Beispiel Sportschuhe oder was auch immer. Du kannst auch zum Beispiel Giftcards und so weiter sofort bekommen. Was genau ist Limpo? Limpo ist praktisch eine App, die du dir herunterladen kannst und wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, dir das Fitnessziel setzt, sagen wir mal, heute zwei Kilometer zu laufen und morgen irgendwie fünf und den Tag darauf wieder zwei und so weiter und so fort und du erreichst tatsächlich diese Ziele, dann erhältst du halt dafür Geld und ich denke, viele von euch wird das sicherlich auch motivieren und ich muss ehrlich zugeben, dass es auch mich motiviert, wahrscheinlich ist es aber nicht gut genug Geld, damit ich wirklich jetzt endlich mal, naja, ihr wisst, was ich meine, aber genau, es ist vielleicht ganz schön, wenn man schon viel Sport macht, dass man mit dem Sport auch einfach noch ein bisschen Geld verdienen kann, ohne dass man jetzt irgendwas Besonderes tun muss. Einfach die App runterladen und dann, wie gesagt, kannst du dir die Rewards holen, wenn du praktisch deine Fitnessziele erreichst und Limbo an sich ist einer von diesen Apps, die ich zum Beispiel bei einem guten Kumpel mal wahrgenommen hatte, nämlich ein Freund von mir in Amerika hatte mir praktisch gesagt, dass es hier die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen und ich habe ein bisschen Research gemacht und es ist ganz interessant, wenn man sich die Kritiken für Limbo anhört, oder Limpo anhört, es gibt praktisch keine Kritik, die negativ ist, ich habe zumindest keine negative Kritik im Internet gefunden, die Payments werden tatsächlich durchgenommen oder werden praktisch durchgeführt, du erhältst tatsächlich dein Geld und ich habe bisher, wie gesagt, nichts Negatives dazu gefunden. Würde mich mal interessieren, wenn ihr euch die App runterladet, ob das tatsächlich auch für euch funktioniert oder ob das vielleicht nur für Leute in den USA geht oder wie auch immer. Ich hatte bloß die App, wie gesagt, gefunden über einen Freund und dachte mir, ich stelle sie euch heute mal vor. Soweit ich weiß, wie gesagt, kannst du damit kleinere Summen an Geld verdienen, nicht jetzt unbedingt hundert von Euro im Monat, aber zumindest etwas Geld, das du dann irgendwann mal eintauschen kannst, gegen beispielsweise Sportartikel oder was auch immer. So, dann die nächste Plattform ist YouTube und hier kommt eine Sache ins Spiel, die ich persönlich sehr interessant finde und die ich bisher noch keinen so wirklich habe machen sehen oder nur sehr, sehr selten und diese Idee, die ich jetzt habe und die würde ich gerne für mich persönlich umsetzen, ist die folgende, nämlich zum Beispiel jetzt diese YouTube Videos hier, die ich produziere, könnte ich natürlich auch in andere Sprachen übersetzen lassen, einfach mit Untertiteln und ich sehe beispielsweise, dass die CPM in anderen Märkten sehr viel höher ist, zum Beispiel der chinesische Markt hat eine viel, viel höhere CPM im Durchschnitt als beispielsweise der westliche Markt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt im Westen, im englischsprachigen Bereich ein Video zum Thema Geld machst oder im deutschsprachigen Bereich zum Thema Geld machst, im englischsprachigen Bereich wirst du vielleicht Maximum auch so etwas wie 30, 40 Dollar vielleicht generieren, im deutschsprachigen Bereich halt irgendwie 30 Euro oder sowas, aber ich habe in dem chinesischen Bereich schon gesehen, dass Leute eine CPM von 70, 80 Euro haben und das ist natürlich sehr, 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 sehr viel Geld und die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, wenn ich zum Beispiel meine Videos übersetzen lasse in Mandarin und ich weiß ganz genau, dass es auf YouTube sehr wenig Business Content auf Mandarin gibt, da müsste man sich halt überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Firma nehme wie Ref und Ref übersetzt mir eine Minute für vielleicht 1 Dollar oder 2 Dollar, ich finde jemand auch Fiverr oder Upwork, der es halt macht für 1, 2 Dollar und praktisch die Untertitel direkt auf das Video schon drauf setzt. Wenn ich dann zum Beispiel für ein 10 Minuten Video, ich versuche immer nur 10 Minuten Videos zu produzieren, dass ich da mindestens also 3 Werbeblöcke reintun kann, weil ich natürlich probiere, meine Einnahmen zu optimieren und ich gebe für dieses Video vielleicht 10 Euro aus. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit diesem Video 10 Euro mache, wenn ich eine CPM habe, zum Beispiel von 60, 70, 80 Euro. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Ich brauche gerade mal, um, sage ich jetzt mal, dieses Geld wieder rauszuholen, vielleicht 100, 200, 300 Klicks und das auf dem Video zu bekommen, auch im chinesischen Bereich, glaube ich, ist es nicht besonders schwer. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, was ist, wenn ich nicht nur die Videos übersetzen lasse ins Mandarin oder, sage ich jetzt mal, in ferne östliche Sprachen, wieso lasse ich die nicht vielleicht auch übersetzen in Spanisch oder in Portugiesisch oder in Arabische und so weiter und so fort und vielleicht nicht unbedingt in solch Sprachen wie Hindi. Ich glaube nicht, dass man da so extrem viel Geld mit verdienen kann. Vielleicht überzeugt ihr mich auch vom Gegenteil, aber einfach Sprachen, wo man eine sehr, sehr hohe CPM hat für bestimmte, für bestimmte Arten von Videos oder für bestimmte Themen und einfach die Videos jeden Tag übersetzen lassen. Einfach an diese Plattform rev.com schicken. Da habe ich sowieso jetzt einige von meinen Kursen mit Untertiteln ausstatten lassen. Nämlich, ihr könnt es gerne mal eingeben, nämlich rev.com. Das ist eine Plattform, wo ihr praktisch Leute dafür anstellen könnt, Untertitel zu erstellen und diese Untertitel werden dann auch direkt aus Video drauf getan. Ich glaube auch, dass man es sogar günstiger machen kann auf solchen Plattformen wie Fiverr oder Upwork und sagen wir mal, ich zahle im Durchschnitt ein bis zwei Dollar für eine Minute und meine Videos sind im Durchschnitt ziemlich genau zehn Minuten lang. Ich versuche so wirklich immer auf zehn Minuten zu timen, dass ich also wirklich keine Minute extra Geld ausgebe. Das würde ja dann bedeuten, dass ich für ein Video umso zwischen zehn bis zwanzig Euro ausgebe und dementsprechend müsste man schauen, ob sich das Ganze lohnt. Und das ist zum Beispiel eine Strategie, die ich jetzt gerne durchführen würde und da würde dann zum Beispiel der Kanal heißen Leon Shotari und dann in Klammern zum Beispiel halt Mandarin oder Han Yu oder wie auch immer oder dann, also das heißt praktisch Mandarin auf Chinesisch oder zum Beispiel könnte man japanisch, die ins japanische übersetzen lassen, man könnte es und so könnte ich halt jeden Tag sagen wir mal ein Video machen, dass ich oder alle Videos, die ich mache, lasse ich halt übersetzen. Kostet mich dann, sagen wir mal, weiß nicht, wenn ich alles übersetzen lasse, tatsächlich irgendwie 10.000 sowas im Monat. Aber dafür habe ich halt unterschiedliche Videos, die mir im Long Term definitiv einen Profit generieren werden und nicht nur im Long Term, ich denke sogar schon relativ bald, nämlich wenn ich halt eine CPM von 60, 70 Euro habe, brauche ich ja gerade mal 200 Klicks. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich suche mir Gruppen auf Facebook, wo Leute Mandarin sprechen, bringen die dazu, sage ich jetzt mal, diese Videos zu schauen, einige von den Leuten abonnieren den Kanal und irgendwann dann kriege ich automatisch vielleicht 100, 200, 300 Klicks auf die Videos, dann habe ich natürlich sofort das Geld schon wieder raus und kann dann, indem noch mehr Leute die Videos gucken, natürlich nochmal einen Profit generieren. Und das ist so eine Vorstellung, die ich jetzt vor einiger Zeit hatte, muss mal schauen, also ich würde sie gerne sofort umsetzen und ich werde sie höchstwahrscheinlich auch sofort umsetzen, bloß ich muss einfach gucken, ob das Ganze tatsächlich so funktioniert, wie ich mir das Ganze vorstelle, weil es ist halt ein ziemlich großes Investment, ich weiß, ich verdiene gut, aber jetzt einfach mal ein paar tausend Euro im Monat für irgendwas auszugeben, was komplett nach unten losgehen könnte, ja, ist mir wie gesagt auch nicht so, mache ich jetzt auch nicht so gerne, aber mal gucken, wenn die CPM tatsächlich so hoch ist, ich bin ja im Bereich Business, im Bereich Geld, Finanzen drin, wenn die CPM tatsächlich so hoch ist, dann würde das Ganze auf jeden Fall Sinn machen. Wenn die CPM übrigens der CPM entsprechen würde, die ich jetzt gerade habe, nämlich von irgendwie so 33 bis 35 Euro, dann würde es auch auf jeden Fall ausreichen, um die Videos übersetzen zu lassen und dann wie gesagt mit diesen Videos nochmal extra Geld zu verdienen. Ist eine sehr, sehr interessante Idee und die würde ich gerne relativ bald, wenn nicht sogar jetzt, umsetzen. Dann die nächste Plattform ist FameBit. FameBit ist eine Plattform, wo du als Influencer auf YouTube nach Sponsoren suchen kannst und hier geht es dann vor allen Dingen um deine Reichweite als YouTuber. Wie viele Abonnenten hast du, wie viele, sag ich jetzt mal, Klicks hast du durchschnittlich pro Video zum Beispiel, ich glaube, ich könnte schon dran teilen, obwohl, ich glaube, du brauchst 10.000 Abonnenten, um daran teilnehmen zu können. Ich weiß zum Beispiel, dass ein guter Freund, der hat nämlich auch einen ziemlich großen YouTube-Kanal, macht bei FameBit mit und er kriegt bis zu 1.000 Euro pro Werbedeal. Der hat derzeit 250.000, ein bisschen mehr, 280.000 Abonnenten und 1.000 Euro für so einen kleinen Werbedeal. Ich denke, da kriegst du tatsächlich sogar noch mehr raus. Ich glaube nicht, dass 1.000 hier das Höchste ist. Ich weiß zum Beispiel von ziemlich großen YouTubern, nicht weil ich es jetzt persönlich kenne, sondern weil ich einfach die Story mitverfolge, sag ich jetzt mal, dass wirklich manche YouTuber einzelne Werbedeals haben, die bis zu einer Million hochgehen, nur weil sie halt ein einziges Video machen, um beispielsweise ein Produkt vorzustellen. Ich weiß zum Beispiel, dass Samsung bis zu einer Million pro Video zahlt und zum Beispiel eine Person, die da viele, viele 100.000 bekommen hat, war zum Beispiel Casey Neistat für damals diese Aktion, wo er praktisch bei einem Oscars mit seinem Samsung-Handy da war und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass ich jemals irgendwie 10 Millionen Abonnenten habe und das wird höchstwahrscheinlich auch nicht passieren. Würde mich natürlich sehr freuen, aber zumindest sage ich jetzt mal, Deals zu bekommen, wo man ein paar Hundert pro Video bekommt oder wenn nicht sogar ein paar Tausend, wäre natürlich sehr interessant und definitiv ein Ziel für die Zukunft. Und dann der letzte Einkommensstrom und diesen haben vielleicht einige von euch bisher schon mal erwartet, dass ich irgendwann mal darüber spreche. Diese Plattform nennt sich Lektorio und Lektorio ist zum Beispiel eine Plattform, wo ich derzeit keine Kurse habe. Warum? Weil Lektorio vor allen Dingen halt Content mag, der wirklich vom Team von Lektorio aufgenommen wurde. Ich bin kein Experte, was Lektorio angeht, deswegen bitte nagelt mich jetzt hier nicht fest, falls ich irgendwelche Fehler mache, aber zum Beispiel ein guter Freund von mir, der auch, soweit ich weiß, vier Weltmeistertitel hat im Bereich Gedächtnis. Das ist Boris Konrad. Der ist wie gesagt ein guter Freund von mir und war in meinen Coachings drin und zum Beispiel Boris ist eine von diesen Personen, die halt hier einen Kurs online hat und ich weiß, dass er damit, wie gesagt, Geld verdient und ich weiß auch wie viel, aber ich erzähle es nicht und auf jeden Fall für mich ist es natürlich auch ein Ziel eines Tages mal auf Lektorio zu sein und dort meine Kurse zu veröffentlichen. Es kann gut sein, dass halt die Kurse hier auch sehr, sehr gutes Geld machen. Ich möchte aber erstmal noch vorher mir noch eine etwas größere Brand aufbauen, damit man hier auch mit einer ganz anderen Verhandlungsbasis reingehen kann. Aber gut, das wie gesagt waren jetzt hier wieder einige Einkommensströme, die ich persönlich sehr interessant finde. Einige von den Einkommensströmen würde ich mir gerne aufbauen. In der Videobeschreibung findest du wieder den Link zu meinem Geldverdienen im Internetmeisterkurs. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder fünf unterschiedliche kaum bekannte Online-Einkommensströme vorstellen. Es soll hier in diesem Video mal wieder um einige vielleicht etwas kreativere Ideen gehen. Es soll aber auch hier in diesem Video mal wieder ums Thema Investment gehen. Das heißt, wie du nicht nur dein Geld verdienen kannst, sondern auch wie du dein Geld vermehren kannst. Übrigens, wenn du mehr über das Thema Geld verdienen lernen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich mein Geld im Internetverdienen Meisterkurs, einen 6,5 Stunden langen Kurs, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du dir Online-Einkommensströme aufbauen kannst. Ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, sich nur einen einzigen Einkommensströme aufzubauen, sondern mehrere Einkommensströme sich aufzubauen. Und in diesem Kurs zeige ich dir, wie du dir bis zu 25 unterschiedliche Einkommensströme aufbauen kannst. Von einem Online-Kurs-Business über ein Kindle-Business, über Icons, T-Shirts und so weiter und so fort. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich einschreiben könntest. Diesen Kurs kriegst du jetzt für gerade mal 9,99 Euro über den Link in der Videobeschreibung. Aber gut, fangen wir mit dem ersten Einkommensströmen an. Einkommensströme an und dieser nennt sich Afternic. Afternic ist eine Plattform, wo du Domains ein und wieder verkaufen kannst. Das heißt, es handelt sich hierbei um eine Domain-Flipping-Plattform. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was Domain-Flipping ist, du kaufst beispielsweise eine Domain ein, sagen wir jetzt mal leonchotari.com und vielleicht gibt es hier eine Person, wie zum Beispiel mich, Leon Chotari, die Interesse daran hat und die dafür mehr Geld zahlt, als du ausgegeben hast. Beispielsweise kaufst du dir diese Domain für, sagen wir mal, 20 Euro im Jahr sie für einen einmaligen Preis und ich möchte dann diese Domain haben und sage, hm, wie viel willst du denn dafür und du könntest mir ein Angebot machen, sagen wir mal 500 Euro und wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich diese Domain haben wollen würde, dann natürlich würde ich dir vielleicht 500 Euro zahlen. Wenn du beispielsweise aber sehr viel größere Namen in Anführungsstrichen hast, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du hast deine eigene Domain und diese Domain, die du gekauft hast, heißt, sagen wir mal, fußballschuhe.de. Das ist natürlich eine sehr gute Domain, weil sehr viele Leute höchstwahrscheinlich so eine Domain haben wollen, um beispielsweise einen Shop aufzubauen, um Fußballschuhe zu verkaufen. Dann werden sicherlich Leute dir ein paar hundert, wenn ich sogar ein paar tausend Euro für solch ein Domain zahlen. Bei anderen Domains, wo es dann wirklich mal so um wirklich wichtige Begriffe geht oder sage ich jetzt mal, sehr, sehr interessante Domains, die halt nur einen einzigen Begriff haben, wie zum Beispiel Pizza.com oder sagen wir mal Essen.com oder Feuerwehr.com oder was auch immer, diese Domains können natürlich extrem viel Geld einbringen und wir sprechen hier nicht nur über ein paar tausend Euro, sondern Millionen von Millionen von Euro. Das heißt, die Leute, die am Anfang des Internets, sage ich jetzt mal, diese Domains eingekauft haben und dann lange gehalten haben, wie zum Beispiel erst vor ein paar Wochen, wo die Domain Pizza.com verkauft und ich glaube, Pizza.com wurde für zwei oder vier Millionen Euro verkauft oder Dollar verkauft. Das ist natürlich ein ziemlich gutes Investment, wenn man es mal durchrechnet. Genau, Afternic ist eine Plattform, wo du das Ganze machen kannst. Du kannst hierüber direkt Domains flippen. Ich bin im Echtz-Sein kein großer Fan von Domain-Flipping, weil du ja immer einen Kunden brauchst. Du brauchst immer, sage ich jetzt mal, jemanden, der tatsächlich auch diese Domain wieder abnimmt und du hast Kosten, die im Prozess entstehen. Wenn du Geld über hast und du hast vielleicht eine super tolle Domain, die dir eingefallen ist und du möchtest diese Domain halten beziehungsweise glaubst, dass diese in der Zukunft sehr profitabel sein könnte, dann kauf sie vielleicht ein. Wenn du jetzt sagst, okay, ich kenne mich mit der ganzen Sache nicht aus, dann mach es auch nicht. Der nächste Einkommensstrom, den ich dir vorstellen möchte, nennt sich Bergfürst. Bergfürst ist eine Plattform, wo du auch wieder in Crowdfunding-Projekte investieren kannst, vor allen Dingen zum Beispiel halt in Immobilienprojekte und wir sehen hier auch auf der Startseite, dass du beispielsweise 5 bis 7,5% Zinsen per annum bekommen kannst. Das ist natürlich wirklich viel. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du investierst hier 10.000 Euro, dann kriegst du hier sowas von wie 500 bis 750 Euro im Jahr raus und nehmen wir zum Beispiel an, du würdest jetzt hier noch mehr Geld investieren, sagen wir mal 100.000, das ist natürlich 5.000 bis 7.500 Euro pro Jahr auf dem 100.000 Euro Investment. Wenn ich das vergleiche mit Festgeld oder ähnlichen Optionen, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Rendite, die wir hier generieren oder ein sehr guter Zinssatz. An sich kann ich dir jetzt schon mal sagen, Bergfürst ist eine relativ vertrauenswürdige Plattform, ist vergleichbar mit solchen Plattformen wie zum Beispiel HomeRocket und du investierst dann hier in unterschiedliche Immobilienprojekte, zum Beispiel halt in Österreich. Bergfürst ist eine Plattform, wo ich zum Beispiel auch früher investieren wollte. Ich habe um echt sein auch mal investiert, mein Geld investiert, habe es aber auch wieder rausgenommen. Du kannst hier in Projekte investieren, die zum Beispiel für sagen wir mal 3 Jahre laufen, für 5 Jahre laufen, für 10 Jahre laufen und so weiter und so fort. Dann die nächste Plattform, die ich dir vorstellen möchte, ist diese hier namens Bondora. Bondora ist eine sogenannte Peer-to-Peer-Plattform, das heißt, du verdienst hier dadurch Geld, dass du anderen Leuten dein Geld gibst und an sich, viele Leute fragen mich immer, warum man überhaupt denn so einen hohen Zinssatz nimmt. Bei Peer-to-Peer ist es ja oft so, dass du beispielsweise eine Rendite von, sagen wir mal, 15% oder 10% oder 20% bekommst und das setzt dir natürlich voraus, dass unter Personen dir auch so einen hohen Zinssatz gibt, das heißt, einen Zinssatz von 30, 40, 50% und natürlich machen das wirklich nur Leute, die A, keine Kredite mehr bekommen oder B, die halt wirklich in einem Land leben, wo es kein gutes Bankensystem gibt, kein gutes Netz, wo möglicherweise, ja die jetzt unbedingt einen Kredit brauchen oder vielleicht auch einfach, weil sie diese Optionen bei der Bank nicht kennen, you never know, ich glaube einfach, dass die meisten Leute, die halt hier tatsächlich Kredite aufnehmen, vielleicht, ja, relativ verzweifelt sind und sich denken, naja, 30%, das ist noch in Ordnung, weil ich ja sowieso keinen Kredit mehr von der Bank bekomme. So, an sich Bondora ist halt eine Option, die sehr sinnvoll ist, du kannst natürlich auch jederzeit Peer-to-Peer-Kredite vergeben über Plattformen wie Mintos oder zum Beispiel Landing Club, da gibt es sehr, sehr viele Optionen. Dein nächster Einkommensstrom ist Cameo, ich denke, viele von euch haben vielleicht schon mal von Cameo gehört, du kannst sie dort Shoutouts kaufen, nämlich du kannst beispielsweise hier einen Star in Anführungsstrichen anschreiben und kannst sagen, hey, mach mal einen Shoutout, da gibt es zum Beispiel relativ große Künstler drauf, da sind auch zum Beispiel Leute drauf wie Wesley Slipes oder zum Beispiel Caitlyn Jenner oder da sind auch irgendwelche YouTuber früher mal draufgewiesen wie Jake Paul, Musiker, aus allen möglichen Bereichen und du kannst halt hier wirklich dir Shoutouts von in Anführungsstrichen berühmten Leuten kaufen und das Interessante ist, dass Cameo sich jetzt geöffnet hat für jeden, das heißt, jeder kann eigentlich hier über die Plattform Shoutouts anbieten, das heißt, wenn du hier ein bisschen zumindest an Reichweite hast, kannst du Cameo anschreiben, da gibt es ein offizielles Bewerbungsformular und kannst halt sagen, hey, ich habe ein bisschen Reichweite, ich würde dir gerne meine Shoutouts anbieten, ich kann davon bestimmt ein paar hunderte im Monat verkaufen und dann nehmen sie dich auf und du kannst halt hier über die Plattform jederzeit deine eigenen Shoutouts verkaufen. An sich Cameo ist halt meines Erachtens ein absolut geniales Businessmodell, weil die Plattform an sich kriegt ja ein paar Prozent ab von dem, was du hier verkaufst und vor allen Dingen, ich glaube, das ist noch viel wichtiger, sie liefern dir halt ordentlich Reichweite. Du bist dann echt neben Personen wie zum Beispiel Wesley Snipes, du bist neben Personen wie auch zum Beispiel Charlie Sheen oder zum Beispiel Malfoy von Harry Potter, da sind alle möglichen Leute drauf und die bringen natürlich auch ganz schön Traffic auf die Plattform und es kann natürlich auch gut sein, dass du dadurch ein bisschen Traffic bekommst, aber du solltest natürlich auch irgendwie bekannt sein, damit Leute überhaupt bei dir deine Shoutouts buchen. Zum Beispiel in meinem Falle, ich würde jetzt sagen, dass ich nicht bekannt genug bin, um hier Shoutouts zu verkaufen. Ich könnte sicherlich probieren, irgendwelche Shoutouts an euch zu verkaufen, aber das würde sich, denke ich mal, nicht lohnen und es würde dann vielleicht auch ein bisschen geldgierig wirken. Wenn du aber eine größere Brand hast, zum Beispiel einen großen YouTube-Kanal oder ähnliches, dann vielleicht macht es sogar hier schon Sinn, seine Shoutouts anzubieten. Und danach haben wir nochmal die Plattform Exchange Marketplace. Hier kannst du fertige Shopify-Businesses, Shopify-Stores kaufen. Ist an sich ein ganz interessantes System, nämlich wenn du dich tatsächlich mit Shopify-Stores auskennst und du weißt, sag ich jetzt mal, wie man in Shopify-Stores skaliert, dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht zu sagen, gut, ich kaufe mir halt einen Shopify-Store, der schon ordentlich aufgebaut ist, wo die ganzen Apps und so weiter schon installiert sind, weil ich selbst nicht jetzt ein paar Stunden da rein investieren möchte, gebe dafür vielleicht 500 Dollar aus und dann habe ich einen Store, der halt wirklich schön fertig ist, wo mir vielleicht auch die Idee gefällt und den kann ich dann skalieren. Oder du machst es halt, wie gesagt, so, dass du hier sehr große Shops kaufst, die bereits sehr gutes Geld abwerfen. Da bist du aber schnell bei vielen, vielen 10.000, wenn nicht sogar 100.000 Euro dabei und dann kannst du hier über die Plattform natürlich, wenn du diese Shops dir kaufst, auch Gewinne generieren, indem du dann diesen Shop weiterführst und hoffentlich dann auch für diesen Shop weiter oder mehr Traffic generierst. An sich lohnt sich das Ganze natürlich nur, wenn du Erfahrung hast mit Shopify. Wenn du dich noch nicht damit auskennst und du hast keine Ahnung, wie man einen Shopify-Store aufbaut, dann würde ich dir keinesfalls empfehlen, über den Exchange irgendwelche Shops zu kaufen. Es ist an sich natürlich auch immer so eine Sache, nämlich, wenn beispielsweise ein Shop nur für 2, 3 Monate existiert hat und da generiert ein paar Sales, dann kann es vielleicht sein, dass jemand da haufenweise Facebook-Ads draufgejagt hat und dann damit Sales generiert hat und sagt, so, das Ding macht 5.000 im Monat oder aber eigentlich macht es das gar nicht, weil halt wie gesagt du nicht die Ads geschaltet hast und diese Person hat möglicherweise Ads geschaltet und deswegen so viele Sales generiert. Das heißt, hier immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde es wirklich nur tun, wenn du tatsächlich viel Ahnung von Shopify hast und mit Shopify auch schon Erfahrung hast. Genau, das war nun hier die Einkommensströme, nämlich an sich Cameo finde ich ganz interessant, musste aber eine ordentliche Brand aufgebaut haben. Dann natürlich Bondora, wirklich, du kannst hier auch dein ganzes Geld verlieren, deswegen seid ihr sicher, dass du wirklich hier nur Geld investierst, das du auch hast. Sonst, solche Plattformen, wie zum Beispiel Bergfürst, bieten sich natürlich an, wenn du in Kombination mit anderen Plattformen, sage ich jetzt mal, Investments tätigst, zum Beispiel auf solchen Plattformen wie Home Rocket, Green Rocket oder zum Beispiel auch Lion Rocket, die hatte ich ja schon mal in meinen anderen Videos vorgestellt. Es sind natürlich alles alternative Investments, wo du sehr hohe Zinsen bekommen kannst, wo du aber natürlich auch dein gesamtes Geld verlieren kannst, deswegen auch hier, bitte investiere nur das Geld, das du tatsächlich auch hast, weil es kann natürlich immer gut sein, dass du Geld investierst, das dann einfach nicht zurückkommt. Und ich würde vor allen Dingen dir auch vorschlagen, eine diversifizierte Anlagestrategie zu haben, das heißt nicht dein gesamtes Geld in solche Plattformen wie Bergfürst zu stecken, zum Beispiel einfach hier, sagen wir mal, wenn du 100.000 Euro hast, 2.000 Bergfürst, 2.000 in Home Rocket, 2.000 in Green Rocket, 2.000 in Lion Rocket, dann vielleicht nochmal 10.000 in Aktienportfolio, vielleicht 1.000 in Krypto, 2.000 in Reeds und so weiter und so fort, dass du halt wirklich, wirklich diversifiziert bist. Ich würde grundsätzlich nie eine Position größer haben als 10% meines Portfolios. Ich habe es sogar tatsächlich derzeit so gemanagt, dass meine Positionen nie größer als 5% sind. Ich werde aber höchstwahrscheinlich meine Aktienportfolio größer werden lassen. Und sonst natürlich solche Plattformen wie Afterdick, wo du halt jederzeit Domains einkaufen kannst, können profitabel sein, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, was du tust. Aber gut, das war es dann und hier für dieses Video. Wenn du nicht über ein Geld verdienen im Internetmeisterkurs einschreiben möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren könntest. Und falls du Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Video-Sektion beziehungsweise in die Kommentarsektion von diesem Video. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen. Es soll hier in diesem Video mal um ein paar wirklich kreative Einkommenströme gehen. Ich möchte dir zeigen, wie du deine Freelancing-Dienstleistungen online anbietest und vor allen Dingen, wie du auch auf wiederkehrender Basis Geld verdienen kannst. Und da werden wir über eine Plattform namens GrowthGeeks sprechen. Aber vorher natürlich nochmal die obligatorische Werbung. Wenn ihr euch in meinen Geld im Internetverdienenkurs einschreiben möchtet, dann geht gerne in die Videobeschreibung, und dort befindet sich einen Link zu diesem Kurs. Ich kann euch den Kurs wirklich nur empfehlen. Es ist der meistverkaufte Kurs auf Udemy rund ums Thema Geld verdienen. Ich zeige dir in diesem Kurs, wie du mehr als 25 Online-Einkommenströme aufbaust. Ich zeige dir mein gesamtes Geschäftsmodell. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du beispielsweise Businesses aufbaust, wie ein Kindle-Business, ein T-Shirt-Business, ein Online-Kurs-Business. Wir sprechen über Freelancing und so weiter und so fort. Das heißt, für 9,99 Euro kriegst du 6,5 Stunden Content. Da ist alles drin, was du brauchst. Und vor allen Dingen kannst du mir auch jederzeit Fragen stellen. Und ja, das ist auch, wie gesagt, alles in den 9,99 Euro drin. Da kommen keine weiteren Kosten hinzu. Würde mich also sehr, sehr freuen, wenn du dich in den Kurs einschreiben könntest. Der Link zum Kurs befindet sich in der Videobeschreibung. Aber fangen wir doch mal an mit der ersten Plattform und diese nennt sich Clarity.fm. Ich denke, viele von euch werden sicherlich schon mal davon geträumt haben, einfach eure Tipps weitergeben zu können und dafür Geld zu kriegen. Zum Beispiel in meinem Fall ist es ja so, dass sich sehr viele Coaching-Kandidaten haben. Ich habe normalerweise sowas wie drei bis fünf Coaching-Kandidaten pro Tag. Das heißt, ich coache ungefähr drei bis fünf Stunden pro Tag und das ist halt eine wirklich gute Einnahmequelle, die ich da jeden Tag habe. Bloß ist es natürlich auch super, wenn ich einfach Fragen beantworten kann. Nämlich wenn beispielsweise eine Person mich etwas fragt über diese Plattform Clarity.fm und ich gebe dieser Person eine Antwort, dann kriege ich für diese Antwort Geld. Zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, wie viele Antworten ich via E-Mail gebe oder auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook oder wo auch immer, dann ist das natürlich nicht unbedingt verschwendete Zeit, weil es mit Brand aufbaut. Bloß hier könnte ich diese Zeit, die ich verwende, um Fragen zu beantworten, auch nochmal sehr viel effektiver nutzen und dafür Geld verdienen. Nämlich hier ist es so, wenn du ein Startup hast und du bist erfolgreich, kannst du hier jede Zeit Leute coachen, die halt in diesem Bereich durchstarten wollen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein junger Gründer zu dir kommt und auf dieser Plattform sagt, hey Leon, ich würde einfach gerne mal wissen, wie du das und das und das und das getätigt hast, dann kann zum Beispiel diese Person mir halt eine Frage stellen und ich beantworte diese Frage und erhalte dann für diese Frage Geld beziehungsweise für diese Antwort Geld. Und Clarity.fm ist so eine Plattform, die ich persönlich diesbezüglich sehr empfehlen kann. Es gibt jetzt im deutschsprachigen Bereich auch einige Plattformen, die dort derzeit erwachsen sind, bloß ich weiß, dass diese Plattformen bisher den Leuten meist nicht Geld abwerfen, sondern eher nur dazu da sind, Brand aufzubauen. Hier wie gesagt ist das Schöne, dass du direkt mit deinen Antworten Geld verdienen kannst und es ist eine von den wenigen Plattformen, ja, wo ich wirklich weiß, dass Leute hier schon Geld verdienen können. Dann die nächste Plattform, die ich dir empfehlen kann, ist Pond5. Pond5 ist eine Plattform, wo du jederzeit deine Stockfotos beispielsweise anbieten kannst, nämlich hier ist es so, dass du beispielsweise dein eigenes Portfolio erstellst, in dem du Stockfotos, Designs und so weiter sofort fort hochlädst. Hier gibt es mehrere Optionen, nämlich du kannst zum einen natürlich Fotos hochladen, du kannst aber auch Videos hochladen, du kannst Musik hochladen, du kannst Motion Graphics hochladen und damit halt Geld verdienen. Nämlich, wenn du auf die Plattform gehst, Pond5.com, scrollst du einfach nach unten, dann steht da unten Verkaufe deine Werke und du kannst dann, wenn du auf Verkaufe deine Werke klickst, jederzeit deine Produkte hier über die Plattform verkaufen. Ist auf jeden Fall eine weitere interessante Einnahmequelle, nämlich, wenn du beispielsweise schon ein Portfolio auf Plattformen hast, wie Shutterstock oder Getty Images oder was weiß ich wo, dann kannst du hier natürlich jederzeit deine Designs auch nochmal hochladen. Soweit ich weiß, ist die Plattform nicht dafür da, zum Beispiel Icons zu verkaufen. Das würde sich also nicht im Bereich Icon Business lohnen, würde sich aber auf jeden Fall lohnen für all die Personen, die zum Beispiel ein Stockportfolio haben oder vielleicht schöne Videos von bestimmten Orten gemacht haben. Dann, die nächste Plattform nennt sich Scripted. Scripted ist eine Plattform, wo du praktisch Copywriter und Freelancers hast, die praktisch für dich tollst. Content schreiben, nämlich Scripted an sich, ja, sag ich jetzt mal, ist eine Option, wie du halt mehr Leute erreichen kannst mit deinem Copywriting-Content beziehungsweise halt deinem Freelancing-Writing-Content. Das heißt, wenn du beispielsweise Werbetexte schreibst oder wenn du Artikel schreibst oder was auch immer, dann hast du hier jederzeit die Möglichkeit, deine Dienstleistungen anzubieten und dann suche mal praktisch Firmen auf der Plattform nach Freelancern wie dir, stellen dich an und du erhältst dann für diese Aufträge Geld. Es kann gut sein, dass du beispielsweise Copywriting für Online-Shops betreibst oder für eine Webseite grundsätzlich. Es könnte auch zum Beispiel ein Blog sein, es könnte, ja, sag ich jetzt mal, ein Newspaper sein, ein Online-Newspaper, es könnte eine große Zeitung sein. Es gibt immer, immer viele da Möglichkeiten und Scripted ist halt eine Möglichkeit, wie du an diese Kunde überhaupt jetzt rankommst. Scripted an sich ist halt für jede Person interessant, die bloggt. Ich würde dir grundsätzlich vorschlagen, nicht nur auf einer Plattform zu sein, sondern halt auf mehreren Plattformen deine Dienstleistungen anzubieten. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich bin noch Scripted, dann gleich biete auch deine Dienstleistungen noch an auf Blog-Mission oder schreib Artikel auf Medium oder baue deine eigene Webseite auf und versuche dir die Webseite, sag ich jetzt mal, SEO-technisch zu optimieren, versuche Affiliate-Links unterzubringen, versuche eigene Produkte zu erstellen, Tripwire-Produkte zu haben und so weiter und so fort, um praktisch deinen Blog zu monetarisieren oder zumindest dafür zu sorgen, Reichweite aufzubauen. Und wenn du halt dennoch die Möglichkeit hast und Zeit hast, würde ich dir auf jeden Fall Scripted empfehlen, weil du dort, wie gesagt, nochmal in weitere Aufträge rankommen kannst. Dann, die nächste Plattform nennt sich TopTal und ich bin nun echt sehr glücklich, dass ich auf diese Plattform gestoßen bin, weil normalerweise bin ich immer, ja, also sagen wir es mal so, ich mag Plattformen wie zum Beispiel Upwork und Fiverr sehr gerne und ich denke, es ist eine tolle Einnahmequelle, bloß du hast natürlich auch sehr viele Leute, wenn ich jetzt das Ganze mal umdrehe und als Konsumenten mir das Ganze anschaue, du hast natürlich sehr viele Leute auf diesen Plattformen, die dir nicht besonders gute Dienstleistungen wahrscheinlich geben werden beziehungsweise die werden die Produkte, die sie dir schicken, nicht ordnungsgemäß abliefern. Das kann zum Beispiel sein, weil sie vielleicht ein Plagiat geschrieben haben bei dem E-Book, es kann sein, dass sie irgendwelche Designs verwendet haben, die sie nicht hätten verwenden dürfen und so weiter und so fort. Und TopTel ist da praktisch eine Alternative zu, nämlich bei TopTel ist es so, dass du jetzt hier jederzeit deine Dienstleistung anbieten kannst, bloß du musst halt richtig, richtig gut sein. Deswegen sagen sie auch hier, hire the top 3% of freelance talent, das heißt, wenn du richtig guter Freelancer bist, dann lassen sie dich hier zu, du musst ein tolles Portfolio hochladen, sonst geht da gar nichts und für mich natürlich als eine Person, die Leute anstellt, ist es natürlich auch toll, so eine Plattform hier zu haben. Aber hier ist die große Ausnahme, es geht hier vor allen Dingen um Developers, das heißt zum Beispiel Leute, die halt programmieren können. Hier gibt es auch ein paar Stellen noch für Designers, das heißt zum Beispiel, die sich sehr gut auskennen mit Mediendesign oder ähnlichem, sonst natürlich Finance, Product Managers und Project Managers, das heißt, wenn du beispielsweise auch schon Erfahrung hast, sagen wir mal als Project Manager oder Project Manager bei Uber oder was auch immer bei größeren Firmen, dann kommst du hier relativ schnell rein, wenn du jetzt bei sehr kleinen Firmen gearbeitet hast oder möglicherweise noch gar keine Erfahrung hast, wie bei Fiverr oder Upwork oder wo auch immer, dann wirst du hier höchstwahrscheinlich nicht aufgenommen. Ist wie eine Plattform, die in Amerika sitzt, kann ich dir aber eigentlich sehr empfehlen. Viele große Firmen vertrauen auf die Plattform und wenn du wirklich gut bist und dich von der Masse abhebst, dann wieso nicht hier Dienstleistungen anbieten. Genau, Toptal würde ich aber auch wieder nur anbieten oder würde ich mich nur registrieren, wenn ich halt auch auf weiteren Plattformen Geld verdiene. Da ist es gar nicht schlecht zu sagen, gut, ich biete meine Dienstleistungen auf Toptal an oder hoffentlich werde ich angenommen und ich habe meine Dienstleistungen auch nochmal angeboten auf Upwork oder zum Beispiel auf Fiverr oder zum Beispiel auf Guru, People per Hour, Workcanner und so weiter und so fort. Da gibt es ja haufenweise Plattformen und du solltest es halt nicht als deine Nummer 1 Einnahmequelle sehen, vielleicht wird es das, aber du solltest es nicht als deine Nummer 1 Einnahmequelle sehen, weil du niemals weißt, ob du tatsächlich eines Tages mal hier genug Geld verdienen wirst, um tatsächlich davon leben zu können und vor allen Dingen, du weißt auch nie, wenn eines Tages mal die Aufträge weg sind oder die Plattform nicht mehr existiert, was dann ist, es ist immer gut, mehrere Einnahmequellen zu haben in diesem Bereich, um halt wirklich sicher gehen zu können, dass du deine Miete und so weiter und so fort bezahlen kannst. Nochmal, Top Teil ist eine persönliche Empfehlung von mir, kann ich wie gesagt, ja, euch nur vorschlagen. Dann die letzte Plattform nennt sich Growth Geeks. Growth Geeks ist eine Plattform, die sehr, sehr interessant ist meines Erachtens und die ich selbst mal ausprobieren werde. Nämlich, ich muss euch eigentlich zugeben, viele von den Plattformen, die ich euch hier vorstelle, da habe ich Freunde, die beispielsweise auf diesen Plattformen arbeiten, die dort Geld verdienen, bei vielen Plattformen, die beobachte ich seit langer, langer Zeit, aber Growth Geeks ist tatsächlich so eine Plattform, die ich jetzt erst gefunden habe, die ich aber extrem interessant finde für mein eigenes Business, nämlich bei Growth Geeks ist es so, dass du dich monatlich bezahlen lassen kannst für deine Online-Marketing-Dienstleistung. Das heißt beispielsweise, wenn jetzt eine Firma, sag ich jetzt mal, von dir Dienstleistung möchte, im Sinne von, du übernimmst, sagen wir mal, deren Facebook-Marketing oder grundsätzlich Social Media-Marketing oder du schaltest für die Google-Ads oder was auch immer, dann können diese dich auf monatlicher Basis hier bezahlen. Das heißt, du kriegst dann zum Beispiel, sagen wir mal, 500 Euro pro Monat dafür, dass du die Facebook-Seite managst oder zum Beispiel kriegst du, sagen wir mal, 3000 Euro dafür, dass du Social Media-Marketing managst und so weiter und so fort und das Ganze kannst du halt auf Growth Geeks anmelden. Das Interessante ist aber hier auch bei, dass die Plattform die organische Reichweite bietet. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen wirklich guten, ich nenne es jetzt auch mal Geek wie bei Fiverr anbietest, eine gute Dienstleistung anbietest und das Ganze kostet, sagen wir mal, 2000 im Monat und du schaffst es, 3, 4 Kunden dafür zu generieren, hast du 6.000 bis 8.000 Euro hier im Monat raus und zum Beispiel, mir ist es auch so, ich denke derzeit extrem darüber nach, nicht nur mein derzeitiges Unternehmen weiter zu vergrößern, sondern noch viele, viele weitere Unternehmen anzumelden. Beispielsweise meine eigene Marketingagentur. Ich denke darüber nach, beispielsweise auch noch mal eine eigene Designagentur aufzubauen beziehungsweise halt, die zum Beispiel wirklich ein eigenes Modelabel und ähnliches aufbaut. Also es gibt so viele Wege, wie du online Geld verdienen kannst oder grundsätzlich Geld verdienen kannst und zum Beispiel Growth Geeks würde mir viele Dinge sehr viel erleichtern oder würde es sehr viel einfacher machen, Dinge zu managen und genau deswegen werde ich mal schauen, ob ich mich tatsächlich hier auf Growth Geeks anmelde, dort meine Dienstleistung anbiete. Ist auf jeden Fall eine Plattform, die mich extrem interessiert. Und nochmal, wenn du zum Beispiel jetzt ein Social Media Marketer bist, dann würde ich dir nicht nur als Tipp geben, dich auf Growth Geeks anzumelden, sondern vielleicht auch nochmal auf anderen Plattformen. Auch hier Dienstleistungsplattformen oder Freelancingplattformen wie zum Beispiel Upwork, Fiverr, Workkanal, People per Hour, Guru und so weiter und so fort sind denke ich mal sehr gute Optionen und wie wir jetzt auch wissen, zum Beispiel TopTel. Genau, das sind jetzt die unterschiedlichen Einkommensströme, die ich dir hier in diesem Video vorstellen wollte. Growth Geeks, wie gesagt, ist eine Empfehlung an dich genauso wie TopTel. Bei Scripted kenne ich ein paar Personen, die dort relativ gutes Geld verdienen, die sitzen aber alle in Amerika und sprechen natürlich auch perfektes Englisch. Jetzt mit deutschem Copywriting wirst du hier nicht besonders viel Geld verdienen können. Pond5 würde ich dir auch nur empfehlen, wenn du halt unterschiedliche weitere Einnahmequellen in diesem Bereich hast, zum Beispiel seine Fotos hast auf Shutterstock, auf Getty Images und so weiter und so fort. Und dann natürlich Clarity.fm ist nochmal so eine Plattform, wo ich wirklich von überzeugt bin und die zumindest auch gezeigt haben, dass sie das, was sie sich vorgestellt haben, umsetzen können. Deswegen, vielleicht werde ich ja eines Tages mal ein Experte auf Clarity.fm sein. Ich muss schauen, wie viel Geld ich da verdienen kann. Wenn es ein paar hundert im Monat sind und ich kann die Antworten geben, beispielsweise, wenn ich, was weiß ich, wenn ich beim Essen sitze oder was auch immer und ich kann das irgendwie in meinen Tagesablauf gut einbinden, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Kann ich dir auch nochmal empfehlen, einfach drauf mal zu gehen, dir das Ganze mal anzuschauen. Ist auf jeden Fall eine interessante Einnahmequelle. Übrigens nochmal, wenn du dich in mein Geld im Internet verdienen Meisterkurs einschreiben möchtest, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu diesem Kurs. 6,5 Stunden für gerade mal 9,99 Euro. Übrigens, dieser Sonderpreis existiert tatsächlich nicht mehr besonders lange. Deswegen schau gerne mal in die Videobeschreibung. Du kriegst jetzt noch den Kurs für 9,99 Euro. Ich kann nicht versprechen, dass das tatsächlich in der Zukunft noch so sein wird. Aber wie auch immer, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Bitte abonnier diesen Kanal und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen. Es soll hier in diesem Video mal wieder um Dienstleistungsplattformen gehen. Es soll aber hier auch nochmal um einen Konkurrenten von Airbnb gehen. Und ich möchte dir nochmal einige Wege zeigen, wie du als Transcriptionist, das heißt, es ist eine Person, die Transkription erstellt, Online-Geld verdienen kannst. Bevor wir mit diesem Video anfangen, würde ich dir gerne nochmal folgenden Kurs präsentieren. Nämlich sehr viele von euch haben sich bereits in diesen Kurs eingeschrieben, haben Liebebewertungen hinterlassen und ich freue mich sehr, dass euch dieser Kurs weiterhilft. Für all die Personen, die sich bisher noch nicht eingeschrieben haben, dies ist der Geld-im-Internet-Verdienen-Meisterkurs. In der Videobeschreibung habe ich euch einen Link zu diesem Kurs hingetan. Ihr kriegt derzeit diesen Kurs zum Sonderpreis von gerade mal 9,99 Euro. Und das Schöne ist, heute update ich auch nochmal den Kurs, nämlich ich probiere mit der Zeit, diesen Kurs noch, sag ich jetzt mal, komplexer und größer zu machen. Nämlich derzeit ist dieser Kurs 6,5 Stunden lang, du kriegst 6,5 Stunden Content für 9,99 Euro und ich zeige dir halt in diesem Kurs, wie du mehr als 25 unterschiedliche Einkommensströme aufbauen kannst. Nach dem heutigen Tag werden das sogar mehr als 30 Einkommensströme sein, weil ich heute den Kurs updaten werde und wie gesagt, ich probiere ungefähr neue Videos in diesen Kurs hochzuladen, jede ein bis zwei Wochen. Das heißt, all das, was ich euch im Kurs sage, ist up to date. Ich versuche den immer größer und besser zu machen und wie gesagt, viele, viele hundert von euch haben sich bisher eingeschrieben. Würde mich freuen, wenn auch du dich einschreiben würdest. Ein Link zum Kurs befindet sich in der Videobeschreibung. Aber gut, fangen wir mal mit dem ersten Einkommensstrom an und viele mögen sich jetzt sicherlich denken, mein Gott, Leon, ist das vielleicht deine Firma, weil meine Firma heißt ja Teaching Hero und ich habe ja die ganzen anderen Bereiche wie Marketing Hero, Business Hero und so weiter und so fort und jetzt gibt es Course Hero und ich glaube, es gibt sogar mehrere Firmen weltweit, die Course Hero heißen. Das Interessante hier, Brand, ist, dass du mit deinen Notizen beziehungsweise einfach mit deinem Wissen hier Geld verdienen kannst. Nämlich, Course Hero ist praktisch eine Plattform, wo Unistudenten sind und diese Unistudenten oder sage ich jetzt mal Leute, die einfach nur an einem bestimmten Thema interessiert sind, brauchen halt Hilfe. Das könnte zum Beispiel solche Dinge sein, wie Chemie oder Accounting oder was weiß ich. Und wenn du beispielsweise Notizen noch aus der Uni hast, kannst du deine Notizen hier verkaufen, kannst aber auch jederzeit Fragen beantworten von den Leuten, die beispielsweise Accounting studieren oder die möglicherweise Physik studieren oder Mathematik oder was auch immer. Course Hero an sich ist eine Plattform, die halt aus den Vereinigten Staaten kommt. Das ist eine Plattform, die jetzt schon seit sehr vielen Jahren aktiv ist. Früher war es eher nur eine Plattform, wo du wirklich nur deine Notizen verkaufen konntest. Jetzt ist es so, dass diese Plattform auch ein wenig expandiert hat und dass es jetzt eigentlich nur so ist, dass du praktisch hier auf der Plattform unterrichtest, dass du hilfst und damit wie gesagt dir etwas Geld verdienst. Hier gibt auch Course Hero ein ganz interessantes Beispiel, nämlich Course Hero sagt hier, dass die Top-Dozenten, sage ich jetzt mal hier auf der Plattform, derzeit 500 Dollar in der Woche verdienen. Das würde also bedeuten 2000 Dollar die Woche. Ist nicht besonders viel, also ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht so schnell zu diesen Top-Dozenten hier auf der Plattform wirst. Wenn du das bist, dann kannst du natürlich dich hier auch einstellen, dass du mindestens 10, 20, 30, 40 Stunden pro Woche hier arbeiten wirst und das nicht unbedingt für einen extrem hohen Lohn, nämlich dieser Lohn von 500 Dollar pro Woche ist natürlich ganz ordentlich und gerade wenn du halt in Ländern lebst oder in Regionen lebst, wo du möglicherweise nicht besonders viel Geld ausgeben musst für Wohnungen, für Krankenkasse und so weiter und so fort. Bernd Helich bietet sich sowas hier sehr an. Wenn du jetzt, sagen wir mal, in der Hauptstadt in Berlin wohnst, so wie ich, also Hauptstadt von Deutschland in Berlin wohnst, wie zum Beispiel halt hier in meinem Falle, ist natürlich 500 Dollar pro Woche jetzt nicht unbedingt viel. Das heißt, diese Plattform lohnt sich vor allen Dingen halt für die Leute, die möglicherweise einfach ein bisschen Geld hinzuverdienen wollen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als meine Haupteinnahmequelle sehen. So, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Plattform. Diese Plattform nennt sich Scribby. Scribby ist eine Plattform, wo du Audio- und Video-Files zu einer Transkription, sag ich jetzt mal, umwandeln musst. Das heißt, du kriegst beispielsweise ein MP3 zugeschickt oder kriegst halt ein Video zugeschickt und in diesem Video, in dieser Audio, wird halt etwas gesagt und das Gesagte musst du in Textform umschreiben. Das Ganze kannst du, wie gesagt, hier über die Plattform machen. Man sieht hier, Transcribe Audio Video Files Rate Starting at 0.10 Dollar per Minute. Das ist, wie gesagt, extrem wenig. Meistens gehen wir davon aus, dass eigentlich so eine Minute 50 Cent ungefähr bis ein Euro kostet. Das heißt, 60 Minuten zum Beispiel 60 Euro und das ist natürlich jetzt hier extrem, extrem günstig. Genau, deswegen sage ich halt auch, wenn du auf solchen Plattformen arbeitest, wie zum Beispiel Scribby, geh nicht davon aus, dass du Tausende von Euro hier verdienen wirst. Das ist eher nochmal ein ganz, ganz kleiner Lohn und ich würde vor allen Dingen solche Aufgaben wirklich nur machen, wenn du nichts anderes zu tun hast. Nämlich, was ich damit meine, ist nicht unbedingt, weil du kein anderes Business hast, sondern eher, wenn du beispielsweise in einer Situation bist, wo du einfach merkst, ich kann jetzt hier wirklich gerade nichts machen. Zum Beispiel, in meinem Falle, wenn ich jetzt irgendwo hin mit einem im Bus fahren würde, ich bin ja ein Online-Kurs-Dozent, ich schreibe auch Bücher, ich könnte natürlich probieren jetzt da irgendwie ein Buch zu schreiben, ja, das ginge immer. Ich kann natürlich auch probieren Videokurs aufzunehmen, bloß glaub mir, aus dem Bus einen Videokurs aufnehmen ist vielleicht nicht das Beste. Zum Beispiel nehmen wir an, du bist jetzt auf einer, du nimmst einen Bus und du fährst jetzt, sagen wir mal eine Stunde irgendwo hin oder zwei Stunden oder drei Stunden, vielleicht machst du einen Trip und du hast nichts zu tun auf dem Weg, möglicherweise hat der Bus auch kein Internet und da natürlich macht es auf jeden Fall Sinn, zum Beispiel solche Aufgaben hier zu erledigen, nämlich einfach sich irgendwelche Audios beziehungsweise Video-Files von Scrappy runterladen, dann diese Aufgaben erledigen und sobald du, wie gesagt, im Hotel angekommen bist, wenn du zum Beispiel jetzt einen Trip irgendwo hin machst, sagen wir mal, du nimmst Flixbus oder was auch immer und verbringst dir vielleicht zwei, drei Stunden in den Bus, dass du einfach dir, wie gesagt, diese Zeit nimmst, um Transkriptionen durchzuführen und dann, wenn du aus dem Bus rausgehst und ins Hotel gehst und du Internet hast, lädst du, wie gesagt, die fertigen Transkriptionen hoch und das Ganze, wie gesagt, ist eigentlich ziemlich, ziemlich simpel, du musst einfach nur dich hier auf der Plattform anmelden, das kann wieder gut sein, dass du hier einen kleinen Test durchführen musst und dann, wenn du das bestanden hast, kannst du natürlich hier jederzeit die Aufträge nehmen und damit dann Geld verdienen. An sich würde ich dir grundsätzlich mal vorschlagen, wenn du beispielsweise in den Bereich Transcription gehst, dass du dort halt schaust, dass du nicht nur auf einer einzigen Plattform angemeldet bist, sondern auf mehreren Plattformen, beispielsweise neben Scrippy, auch nochmal auf der Plattform Rev.com oder beispielsweise GoTranscript oder zum Beispiel Gengo und natürlich bieten sich hier auch weitere Online-Dienstleistungen, Plattformen an, wie sagen wir mal Upwork, wie People Per Hour, wie zum Beispiel Fiverr oder zum Beispiel Guru oder zum Beispiel Workana. Genau, das wie gesagt, ist nochmal eine Einnahmequelle, die ich euch nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, empfehlen würde als Haupteinnahmequelle, aber als eine Einnahmequelle, die man sich so mit der Zeit ein bisschen aufbaut. Dann, die nächste Einnahmequelle ist Rapify und ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich tatsächlich nun diese Plattform hier vorstelle oder nicht. Es gibt nämlich noch eine weitere Plattform, die nennt sich Carvertise und Carvertise und Rapify sind bisher Firmen, die vor allen Dingen halt aktiv sind in den Vereinigten Staaten und Rapify und Carvertise sind praktisch Plattformen, wo du nach Advertisern suchen kannst, das heißt nach Werbetreibenden, die gerne ihre Werbung auf deinem Auto platzieren möchten und das Gute ist, dass halt Rapify wirklich nur mit Leuten zusammenarbeitet, die gut zahlen. Das heißt, mit großen Firmen, zum Beispiel in Amerika, ist das die Firma, sagen wir mal Bud Light, also vom Bier praktisch und die zahlen bis zu 450 Dollar pro Monat dafür, dass du halt auf deine Auto Werbung drauf tust. Natürlich ist es super, wenn du zum Beispiel in Metropolregionen lebst und durch große Menschenmenge jeden Tag fährst, zum Beispiel nehmen wir an, du würdest jeden Tag über den Times Square fahren, kannst du natürlich davon ausgehen, dass du sehr, sehr viel mehr Geld verdienen wirst, wie als würdest du halt irgendwo durch die Countryside in, sagen wir mal, im mittleren Westen fahren, aber Rapify an sich und Carvertise suchen halt nach Leuten, die genau das machen möchten, das heißt, die Werbung auf ihr Auto drauf tun möchten und die Plattform an sich bezahlt dann wie gesagt das Geld, das die eigentlichen Advertisers an sie zahlen. Das heißt, du kriegst dann praktisch von Rapify Geld geschickt und dann musst du wie gesagt zum Beispiel so eine Klebefolie auf den Auto drauf tun, das kann auch von Rapify selbst gemacht werden und diese Klebefolie kann jederzeit wieder abgenommen werden, das heißt, es wird auch jetzt nicht dein Auto oder so zerstören. Und das Ganze ist natürlich bisher sehr aktiv in den Vereinigten Staaten, es gibt sehr viele Leute in den Vereinigten Staaten, die hier über Rapify oder Carvertise ihre Autos als Werbeplattform nutzen. Es gibt auch schon einige Kunden in Europa beziehungsweise seit anderen Orten der Welt, aber die Plattformen haben sich da noch nicht so durchgesetzt, deswegen kann ich nur Folgendes sagen, es kann gut sein, dass eines Tages mal Rapify oder Carvertise hier auch richtig groß werden, bei Carvertise bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie schon in Europa angekommen sind, bei Rapify weiß ich, dass bereits einige Kunden aus Europa kommen, müsste mal schauen, vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der auch in Europa Werbung machen möchte. Aber gut, dann die nächste Plattform ist Classgap. Classgap ist eine Online Private Lessons Plattform, das heißt, hier geht es nochmal um Online Schulungen, hier kannst du beispielsweise Leuten beibringen, wie, sagen wir mal, Accounting funktioniert oder möglicherweise, wie zum Beispiel, ja, bestimmte Dinge im Bereich Physik funktionieren oder möglicherweise Career Coaching und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Classgap an sich, wie gesagt, ist auch wieder nur eine von vielen Möglichkeiten, nämlich, du kannst natürlich nicht nur auf Classgap unterrichten, du kannst daraus wieder auch ein Business machen und praktisch sagen, gut, ich unterrichte nicht nur auf Classgap, sondern ich unterrichte auch nochmal auf VIP-Kids oder Q-Kids oder Check. Es gibt haufenweise Plattformen in diesem Bereich. Zum Beispiel, wenn du Englisch unterrichten möchtest, wäre Classgap auf jeden Fall eine Option, da wird natürlich sich aber auch wieder die Option anbieten von Check oder zum Beispiel Landi-Englisch und so weiter und so fort. Classgap an sich, finde ich persönlich ganz interessant, weil es eine Plattform ist, die schon relativ lange am Markt ist und die, sag ich jetzt mal, sich bewiesen hat, die wirklich Leuten Geld macht und wenn du halt dir ein eigenes, sag ich jetzt mal, Tutoring-Business aufbauen möchtest, ist das auf jeden Fall eine Plattform, die du nicht vergessen solltest. Heißt also, nochmal eine Empfehlung von mir persönlich, Classgap, schaut es euch gerne mal an. Dort, wie gesagt, könnt ihr live unterrichten. So, und dann die letzte Plattform nennt sich VRBO. VRBO ist praktisch eine Plattform, die ein Konkurrent zu Airbnb darstellt, nämlich wenn ihr beispielsweise hier mal, sagen wir mal, Berlin eingibt, also dort, wo ich wohne, werdet ihr schon sehr, 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 sehr viele Unterkünfte sehen. Das heißt, es handelt sich jetzt hier nicht um eine neue Plattform, sondern wirklich um eine Plattform, die schon seit längerem aktiv ist und vor allen Dingen, die tausende von Properties hat oder tausende von Immobilien hier drauf hat und an sich, wie gesagt, ist es eine Plattform, wo du einfach dein Haus beziehungsweise deine Wohnung oder Räume in deiner Wohnung untervermieten kannst, überall solche Plattformen wie, oder, ja, VRBO beziehungsweise Airbnb. Das Konzept hier ist sehr, sehr ähnlich. Das Interessante bei VRBO ist natürlich, dass du hier nochmal eine weitere Einnahme schaffst, nämlich wenn beispielsweise dein Airbnb, deine Wohnung, sich nicht besonders gut vermieten lässt über Airbnb, dann kannst du natürlich jederzeit auch noch auf VRBO zurückgreifen und kannst dort natürlich auch jederzeit deine Wohnung vermieten. Das heißt, du hast einfach zwei Trafficquellen und das ist gar nicht schlecht. Du kannst hier jederzeit, indem du rechts oben auf List Your Property klickst, deine Immobilie hier anmelden und dann sofort über die Plattform Geld verdienen. Ich persönlich bin auch so, dass ich jetzt mal auf VRBO mir das Ganze angeschaut habe, weil, sagen wir es mal so, wenn beispielsweise Airbnb, das ist ganz interessant, nämlich VRBO hat auch andere Immobilien als Airbnb. Das heißt, nicht nur ist es so, dass viele Leute ihre Immobilien auf Airbnb und VRBO anbieten, sondern eher, dass sie zum Beispiel eine Immobilie auf Airbnb anmieten und andere Leute bieten halt ihre Immobilie auf VRBO an. Also wie gesagt, schaut es euch gerne mal an, könnte auf jeden Fall auch nochmal eine weitere sehr interessante Einnahmequelle sein für all die Leute, die jetzt wirklich sich so ein Airbnb beziehungsweise Real Estate Business aufbauen wollen. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Wenn du mehr rund ums Thema Geld verdienen lernen möchtest, dann schau doch gerne in die Videobeschreibung, dort befindet sich mein Geld verdienen im Internet. Meisterkurs, du kriegst den Kurs derzeit zum Sonderpreis für gerade mal 9,99 Euro. Ich kann nicht versprechen, ob dieser Link tatsächlich noch aktiv ist oder nicht. Schaut einfach mal nach, klickt auf den Link, wenn der 9,99 steht, dann ist er noch aktiv. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch in den Kurs einschreiben könntet und wenn ihr im Kurs Fragen habt, könnt ihr mich auch jederzeit kontaktieren. Das heißt, ich bin nicht nur da, um euch irgendwas beizubringen, sondern euch auch persönlich zu helfen und genau deswegen, wie gesagt, glaube ich, wenn du ein Online-Business starten möchtest, schau wie gesagt in die Videobeschreibung, dort befindet sich der Link. Aber gut, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Bitte abonnier diesen Kanal und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen. Es soll hier in diesem Video mal wieder um ein paar sehr kreative Wege gehen. Ich möchte dir aber auch ein paar relativ simple, relativ unkomplizierte Wege zeigen, wie du Online-Geld verdienen kannst, beispielsweise auf Online-Dienstleistungen-Plattformen. Übrigens, wenn du mehr zum Thema Online-Geld verdienen wissen möchtest und du möchtest, dass ich dir helfe, Online-Einkommenströme aufzubauen, dann kann ich dir auf jeden Fall meinen Geld im Internet verdienen Meisterkurs empfehlen. Diesen Kurs gibt es derzeit für 9,99 Euro. Ein Link befindet sich in der Videobeschreibung. Du erhältst dort 6,5 Stunden Content plus ich zeige dir halt, wie du mehr als 25 unterschiedliche Einkommenströme aufbauen kannst. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich in den Kurs einschreiben könntest. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Aber gut, fangen wir mal mit dem ersten Einkommensstrom an und dieser nennt sich Reach Hero. Reach Hero ist zum Beispiel eine Plattform, mit der ich eigentlich zusammenarbeiten wollte. Ich erkläre gleich, warum ich nicht mit der Plattform zusammengearbeitet habe, nämlich Reach Hero ist eine Plattform, wo du deine Social-Kanäle verbinden kannst und wenn du zum Beispiel relativ groß bist, sagen wir mal auf YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer, dann können sich Werbetreibende bei dir melden und können dann dir zum Beispiel Angebote machen, sei es nur zum Beispiel über einen Deal, wo du das Produkt bewirbst oder eine Review machst oder was auch immer. Diese Plattform gibt es auch im englischsprachigen Bereich, also es gibt ein englischsprachiges Pendant dazu. Reach Hero ist im deutschsprachigen Bereich, denke ich mal, somit die größte Plattform, was das Ganze angeht und du kannst dich schon anmelden, wenn du jetzt nicht unbedingt 100.000 von Followern hast und ich glaube, da ein paar tausend sollten ausreichen. Nämlich hier steht ja auch Deutschlands größter Online-Marktplatz für Mikro- und Makro-Influencer, nämlich nicht vergessen, zum Beispiel, ich würde noch höchstwahrscheinlich als Mikro-Influencer gelten, bloß dennoch das Potenzial, das der Kanal hat hier, ist natürlich für Werbetreibende dennoch ein relativ großer. Nämlich nehmen wir beispielsweise mal an, derzeit nehme ich, sagen wir mal, um was zwischen 30 bis 50 Euro pro Video und eine Firma platziert ihre Werbung hier auf meinem Video, kann es natürlich sehr gut sein, dass ich dieser Firma von ihrem Produkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sales reinhole, im Long-Term höchstwahrscheinlich mehr. Und wenn zum Beispiel deren Produkt, sage ich jetzt mal, 40 Euro kostet oder es eine Mitgliedschaft ist, die Person bezahlt immer wieder Geld, dann ist es natürlich auch sinnvoll, für Firmen zu sagen, gut, dann gebe ich halt der Person, sage ich jetzt mal 30 oder 50 Euro oder wie viel auch immer für ein Video und dafür kriege ich halt ein paar hundert im Long-Term rein. Das heißt, für Firmen ist es auch sinnvoll, mit Mikro-Influencern zusammenzuarbeiten und nicht unbedingt immer nur mit Makro-Influencern. Nämlich Makro, wie gesagt, einfach große Influencer, Mikro-Influencer, sehr kleine Influencer. Ich kann dir auch übrigens eine Sache schon mal sagen, nämlich sehr viele Makro-Influencer, sehr große Influencer, die haben nicht unbedingt eine Fanbase, die wirklich Geld wert ist. Nämlich beispielsweise, und das sieht man sehr, sehr oft bei Damen auf Instagram, nämlich sehr viele Instagram-Damen, nenne ich sie jetzt mal, die beispielsweise, ja, schöne Fotos von sich selbst posten, haben vor allen Dingen eine männliche Audience. Wenn sie aber dann Fit-Tea oder ähnliche Dinge promoten, das heißt zum Beispiel solche Tees, die entschlacken oder die irgendwie helfen sollen, sage ich jetzt mal abzunehmen, dann ist immer noch die Zielgruppe Männer praktisch, also die Zielgruppe beziehungsweise die Leute, die halt die Audience bilden, sind Männer, bloß das Produkt ist natürlich für eine gesamt andere Zielgruppe. Das ist dann eher, sage ich jetzt mal, auch für junge Mädchen oder grundsätzlich für Frauen, das ist dann eher nicht ein Männerprodukt. Und das ist wie gesagt das große Problem, das sehr viele Firmen haben, wenn sie mit Makro-Influencern zusammenarbeiten. Wenn du aber einen sehr kleinen Mikro-Influencer hast, der wirklich nur eine Community um das rum gebaut hat, wofür, sage ich jetzt mal, er sich interessiert, dann natürlich ist es hilfreicher für solche Unternehmen mit dem zusammenzuarbeiten, weil sie natürlich weiß, weil das Unternehmen weiß, dass die Fans von dieser Person wirklich nur in diesem einen Bereich interessiert sind. Zum Beispiel hier auf diesem Kanal Geld verdienen. Ich glaube, ihr wisst alle, dass dieser Kanal wirklich, hier geht es wirklich nur um das Thema Geld verdienen. Das heißt, ich zeige euch, wo ihr wie Geld verdienen könnt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Werbetreibender zu mir kommt und sagt, hey Leon, ich würde gerne Werbung auf deinem Kanal schalten, dann ist das für den Werbetreibenden meist sehr sinnvoll, weil natürlich hier auf diesem Kanal eine ganz, ganz klare Zielgruppe existiert. Bei Instagram oder ähnlichen Plattformen, gerade halt, wenn Leute gut aussehen, ist es meist das andere Geschlecht, dass dann diese Seite liked, beziehungsweise diese Person folgt. Und wenn dann zum Beispiel halt ein Produktpromoter wird, das der komplett falschen Zielgruppe entspricht, naja, dann macht die Firma damit auch kein Geld. Und das, wie gesagt, ist das große Problem. Der Grund, warum ich mit Reach Hero nicht zusammengearbeitet habe, ist, weil sich so viele Firmen tatsächlich schon bei mir gemeldet haben, um mit mir Werbung hier auf diesem Kanal zu schalten. Zum Beispiel eine Firma, die ich ja jetzt schon hier relativ oft gepusht habe, ist die Firma Safdesk. Da kommt noch jetzt in den nächsten Tagen schon wieder ein Video raus. Ich habe jetzt nochmal einen weiteren Sponsor gefunden. Ich habe einige Kanäle, die ich ja hier auf diesem Kanal promote, sie promote und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe relativ viele Sponsoren derzeit. Ich müsste derzeit sechs oder sieben Sponsoren haben, die diesen Kanal hier sponsoren, also die praktisch Geld dafür zahlen, dass ich Videos mache. Und ich werde noch ein paar mehr mir praktisch jetzt ins Land holen. Nämlich gestern Abend hatte wieder einer angefragt und ich denke, es werden relativ bald mehr als zehn sein und dann kann es gut sein, dass eines Tages tatsächlich mal so gut wie jedes Video von einer Firma gesponsert wird. Und nicht vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Video aufnehme und ich mache mir dem Video, sage ich jetzt mal, 20, 30 Euro innerhalb der ersten sechs Monate plus ich habe dann noch mal ein Produkt, mein eigenes Produkt, das ich im Kurs promote, wie zum Beispiel diesen Online-Geldverdienkurs und da mache ich vielleicht auch noch mal 100 Euro mit plus ich habe noch mal eine Firma, die das Video sponsert und ich mache damit auch noch mal 50 Euro. Kann es halt sehr gut sein, dass ich pro Video ungefähr 200 Euro verdiene und ihr wisst, das lohnt sich dann definitiv auch für mich. Also Reach Hero würde ich euch vorschlagen mit zu arbeiten. Ich weiß, dass viele Influencer mit Reach Hero zusammenarbeiten. Ich persönlich mache es nicht, weil ich so viele Anfragen bekommen habe bereits. Das kann wie gesagt ein Glücksgriff in meinem Falle sein. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so sein wird. Ich bin hier relativ offen darüber, dass Leute mich sponsern können. Vielleicht deswegen fragen Sie an. Wenn ihr vielleicht nicht so offen seid, aber ihr möchtet dennoch Sponsoren haben, dann wie gesagt, denke ich, wäre Reach Hero eine interessante Einnahmequelle. Dann das sogenannte Medium Curator Program. Es gibt grundsätzlich sehr viele Curator Programme. Ein Curator ist eine Person, die Content filtert. Das heißt beispielsweise, ein Curator bei Medium tut folgendes, die schauen halt einfach sich die Artikel an, geben dem Artikel zum Beispiel eine bestimmte Bewertung, einen bestimmten Score, einen internen Score oder zum Beispiel sind das dann Leute, die schauen, dass die Artikel nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen und dieses Curator Programm existiert wie gesagt nicht nur auf Medium, sondern halt auf vielen, vielen anderen Plattformen. Du kannst beispielsweise auch bei Udemy so weit, die jeweils Curator werden. Es gibt ganz, ganz viele Zeitungen und Online-Plattformen, die nach Curatern suchen, auch natürlich große Social-Media-Plattformen und das sind halt auch Jobs, die komplett ortsunabhängig sind. Das heißt, du kannst von zu Hause arbeiten und musst nicht irgendwo in einem Büro sitzen. Du kannst natürlich dann auch aus dem Urlaub arbeiten oder wo auch immer du gerne leben möchtest. Von dort aus kannst du arbeiten und dann über diese Curator-Programme Geld verdienen. Also, wenn du beispielsweise eine große Plattform kennst, dann gib zum Beispiel einfach mal ein Name der Plattform Curator-Programm und ich denke, du wirst relativ viele Leute finden oder relativ viele Artikel finden zu Leuten, die bereits bei diesem Curator-Programm mitgemacht haben und die die Erfahrung teilen können. Und zum Beispiel, bei mir ist es auch so, dass ich gerne mir diese Curator-Programme angucke aus Interesse, weil ich natürlich euch hier auch Wissen mitgeben möchte und zum Beispiel solche Curator-Programme können halt auch relativ gut bezahlen. Es kann gut sein, dass du mehrere tausend Euro hier pro Monat bekommst für deine Aufgabe als Curator. Du hast keine festen Arbeitszeiten in den meisten Fällen und kannst natürlich auch jederzeit noch weitere Einnahmequellen, die nebenbei, aufbauen. Das heißt, es handelt sich hierbei meist nicht um eine feste Anstellung, sondern eher halt um ein praktisch Freelancing-Projekt. Dann, die nächste Plattform nennt sich GigWorker. GigWorker ist eine Plattform, wo du sehr viele Dinge zur selben Zeit tun kannst. Das heißt, du kannst hier beispielsweise nach Freelancing-Jobs suchen, du kannst hier nach Advice suchen, das heißt, du kannst dir hier auch Tipps holen und so weiter und so fort. Das heißt, bei GigWorker handelt es sich nicht unbedingt um eine Plattform, die nur darauf fokussiert ist, sage ich jetzt mal, Jobs zu vermitteln, sondern eher ist es hier, er handelt sich hierbei um eine Plattform, wo du praktisch dir einfach Wissen anlesen kannst, wo du aber auch Jobs finden kannst. Ich wollte die Plattform einfach mal mit unterbringen, weil ich glaube, dass sie sehr interessant ist für alle die Leute dort draußen, die wirklich mit kleinen Gigs Geld verdienen wollen, sage ich jetzt mal, die auf Fiverr erfolgreich werden wollen oder ihre Dienstleistung online verkaufen möchten und da denke ich mal, ist GigWorker eine ganz gute Adresse, die ich einfach euch nicht verheimlichen möchte. Dann, die nächste Plattform nennt sich Nineflats. Nineflats ist ein Pendant zu Airbnb und ist tatsächlich eine sehr große Plattform, nämlich derzeit gibt es 6 Millionen Apartments hier auf der Plattform. Es ist die größte Plattform, soweit ich weiß, nach Airbnb, wo du deine Wohnung anbieten kannst. Du musst wie gesagt schauen, ob du die Erlaubnis hast, tatsächlich deine Airbnbs oder deine Wohnung, sage ich jetzt mal, auf solchen Plattformen wie Nineflats oder Airbnb anzubieten. Wenn du das hast, kannst du es wie gesagt hier jederzeit tun. Zum Beispiel, ich habe auch mal die Stadt Berlin eingeben, wo ich hier wohne, da gibt es auch hunderte von Apartments. Das heißt, es handelt sich hier wirklich tatsächlich um eine sehr große Plattform und wenn du jetzt selbst sagst, gut, ich habe auch noch einen Ort, den ich wie gesagt vermieten kann, dann schau auf jeden Fall mal auf neuen Nineflats vorbei. Und dann, ist Flexjobs, Flexjobs ist auch nochmal eine Plattform, wo du als Freelancer arbeiten kannst. Ich sage ja grundsätzlich, dass es nie schlecht ist, sich mehrere Einnahmequellen zu suchen, beispielsweise, dass du halt einen Account of Fiverr hast, einen Account of Upwork, einen Account of Workana, People per Hour, Guru und so weiter und so fort. Und dann hast du auch nochmal vielleicht einen Account hier auf Flexjobs, wenn du zu den Top-Freelancern gehörst, gehst du nochmal auf Plattformen wie TopTel und so weiter und so fort. Das heißt, indem du praktisch all diese unterschiedlichen Plattformen hast, indem du all diese unterschiedlichen Einnahmequellen hast, kannst du dann, denke ich mal, auch sehr viel ruhiger schlafen und weißt, dass halt hier ein bisschen Geld kommt, da ein bisschen Geld kommt, da ein bisschen Geld kommt und wenn eines Tages mal eine von diesen Einnahmequellen wegbricht, dann ist das auch kein Problem. Aber gut, das war es dann nun hier für dieses Video. Das waren wieder fünf unterschiedliche Einkommensströme, die du vielleicht bisher noch nicht kanntest. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte, bitte, bitte hinterlasse ein Like hier auf diesem Video. Wenn du dich in den Geldverdienen im Internetmeisterkurs einschreiben möchtest, dann kannst du es gerne jederzeit tun. Der Link zum Kurs befindet sich in der Videobeschreibung. Es gab viele, viele sehr positive Bewertungen hier auf diesem Kurs. Würde mich sehr freuen, auch dich dabei zu haben und ich würde dir sehr gerne helfen, online Geld zu verdienen, Einkommensströme aufzubauen und das, denke ich mal, kann ich möglichst kostengünstig für dich hier in diesem Kurs machen. Aber gut, nochmals vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommensströme vorstellen. Ich möchte mit dir hier in diesem Video über Themen sprechen, wie beispielsweise Freelancing-Plattform, eine Online-Kurs-Plattform, wo ich derzeit meine Kurse publiziere, dann auch nochmal über Plattformen, wo du deine Hörbücher und E-Bücher publizieren kannst und auch nochmal über eine Werbeplattform, wo du, wenn du Podcaster bist, dir Werbung holen kannst. Das heißt, das ist praktisch eine Plattform, die ich dafür bezahle, Podcasts aufzunehmen. Übrigens, ich habe jetzt auch einen Instagram-Account. Wenn ihr mir folgen wollt, dann würdet mich das natürlich sehr freuen. Der Kanal, wie gesagt, trägt einfach nur meinen Namen, nämlich Leon Schottari, also at Leon Schottari. Ihr werdet nicht den ganzen Tag dort von mir von irgendwelchem Business-Content vollgeknallt werden. Das ist eher so ein privater Account, das heißt, dort werde ich auch viele private Fotos posten, mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben, werde viele Reisefotos posten und habe da auch schon einiges gepostet. Deswegen, falls ihr mir folgen wollt, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Dann nochmal der Link oder der Account heißt at Leon Schottari. Okay, fangen wir dann mal an mit diesem Video. Nämlich, gut, jetzt habe ich gerade meinen Instagram-Account promotet. Jetzt promote ich auch noch einen Kurs. Ihr kennt mich. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch auch in meinen Geldverdienem Internetkurs einschreiben könntet. Ich mache dieses Mal die Werbung so kurz wie möglich. Ein Link befindet sich in der Videobeschreibung. Ich kann euch den Kurs nur empfehlen. Aber gut, fangen wir mit dem ersten Einkommensstrom an und das ist eine Online-Kursplattform, die mich angeschrieben hatte vor wenigen Tagen. CyberU. Nämlich früher, oder immer noch heißen sie eigentlich praktisch Cornerstone, aber jetzt haben sie einen neuen Bereich eröffnet. Dieser nennt sich CyberU. Ich glaube auch CyberU existiert schon seit ziemlich langer Zeit. Bloß, was praktisch diese Plattform macht, ist folgendes, nämlich sie verkaufen deine Kurse an Firmen. Und zum Beispiel in meinem Fall ist es ja so, ich habe jetzt über die Jahre hunderte von Kursproduktionen durchgeführt. Und ich habe all diese Dateien hier immer noch bei mir liegen und manchmal denke ich mir, hm, was mache ich denn noch mit diesen Kursen? Nämlich, bei Udemy ist es beispielsweise so, da habe ich ja viele von meinen Online-Kursen, da gibt es keine Exklusivitätsklausel außer beim Udemy for Business Content. Und da einige von meinen Kursen nicht im Udemy for Business Bereich drin sind, habe ich mich natürlich gefragt, wie schaffe ich es, mit meinen Kursen mehr Geld zu verdienen? Und eine Option wäre da wie gesagt CyberU. Die hat mich sehr höflich angefragt und hat einfach nur gesagt, Leon, wir würden gerne deine Kurse über unsere Plattform publizieren. Das ist eine riesige Firma. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Firma, das ist eine gigantische Firma von globalem Ausmaß. Und die würden gerne meine Kurse an, sag ich jetzt mal, ja, im B2B-Bereich verkaufen. Das heißt, sie würden gerne eine Lizenz kaufen für diese Kurse beziehungsweise es ist eigentlich ein Profit-Share, es ist nicht unbedingt eine Lizenz, die sie einmalig von mir kaufen, sondern eher ein Profit-Share. Ich kriege so gut wie 50% für jeden Sale, der generiert wird und sie verkaufen praktisch meine Kurse an Firmen. Diese Firmen bilden dann ihre Mitarbeiter durch meine oder mit meinen Kursen aus und das ist schon eine schöne Sache. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass die Plattform mich angeschrieben hat, weil ich sowieso derzeit dabei bin, extrem zu expandieren, auf neuen Kursplattformen zu publizieren und wirklich den First-Mover-Effekt auszunutzen. Weil was ich derzeit sehe, macht mich sehr glücklich, nämlich extrem viele Online-Kursplattformen sprießen derzeit aus dem Boden. Einige sind halt schon wirklich groß geworden, andere Plattformen sind an einem Punkt, wo ich sage, da macht es auf jeden Fall Sinn, einfach mal ein paar Kurse zu publizieren. Vielleicht sind die ja mit der Zeit dann so groß, dass sie mir eine richtig gute Einnahmequelle, ja, als richtig gute Einnahmequelle mir dienen können. Und CyberU ist halt eine von diesen Plattformen, die halt schon gigantisch eigentlich ist, die aber jetzt sich erst öffnen für Leute, die praktisch, ja, Kurse publizieren möchten. Und in meinem Fall, wie gesagt, ist es so, dass ich dort haufenweise Kurse publizieren werde. Ich weiß auch nicht genau, wie viele. Ich habe es sogar vor, exklusive Produktionen für CyberU zu machen, bin derzeit viel am Schreiben mit der Firma. Und das ist auf jeden Fall eine Plattform, wo ich jetzt auf jeden Fall durchstarten werde, wo ich haufenweise Kurse publizieren würde und wo ich auch zum Beispiel glaube, dass ich darüber richtig gutes Geld verdienen kann. Genau. Dann der nächste Punkt, die nächste Plattform ist, und ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Ich als eine Person, die lange in China gelebt hat, würde sagen, dass ich diese Plattform Xinqi ausspreche. Bestimmt wird sie nicht so ausgesprochen. Ist auf jeden Fall eine Plattform zur weltweiten Distribution von Hörbüchern und von E-Büchern. Und was mir persönlich immer wichtig ist, ist, dass Plattformen für mich die Umsatzsteuern weltweit abführen, sodass ich halt mich nicht darum kümmern muss, die Umsatzsteuern, sage ich jetzt mal, oder GST zum Beispiel in Jena abzuführen oder Umsatzsteuer, sage ich jetzt mal, im Senegal oder wo auch immer. Nämlich das macht das Ganze kompliziert und das will ich nicht. Und genau deswegen finde ich es immer ganz gut, mit Distribution-Tools zusammenzuarbeiten. Xinqi ist eine Plattform, wo ich halt noch schauen muss, ob die all diese Dinge für mich tatsächlich tun. Ist aber eine Plattform, die ich sehr, sehr interessant finde und wo ich wirklich sage, dort würde ich sehr, sehr gerne meine Hörbücher und meine E-Bücher publizieren. Einfach nur deswegen, weil es praktisch ein Distributionstool ist und ich mich nicht um den eigenen, um, ich sag mal, eigens um den Verkauf kümmern muss, sondern die halt für mich den Großteil übernehmen. Dann nochmal eine weitere Plattform, diese nennt sich Fire oder Fire, wie man es auch immer aussprechen möchte, ist wie gesagt eine Plattform, wo du deine Musik, aber natürlich auch deine Hörbücher und übrigens auch deine E-Bücher publizieren kannst. Das heißt, es ist von der Struktur hier relativ einfach oder relativ ähnlich zu Xinqi. Es ist also ziemlich, ziemlich simpel. Du publizierst halt hier deine Bücher, die übernehmen für dich die Distribution, kümmern sich auch um solche Dinge wie zum Beispiel Rechnung schreiben und so weiter und so fort. Das heißt, da musst du nichts machen. Du erhältst halt 80% der Erlöse, 90% sogar bei E-Vox und du hast halt keinen laufenden Kosten. Das heißt, ich nehme jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, 500 Euro pro Monat dafür oder so. Nein. Und das Schöne ist, du hast auch eine tägliche Auszahlung. Das heißt, du kriegst jeden Tag dein Geld ausbezahlt und das ist auf jeden Fall eine Plattform, wo ich sage, da bin ich auf jeden Fall sehr interessiert dran und da ich derzeit extrem viel Hörbücher am Produzieren bin und immer mal wieder jetzt an neuen Büchern schreibe, ist es natürlich auch gut, über solche Plattformen hier mal nachzudenken und zu schauen, ob es nicht sinnvoll wäre, über solche Anbieter auch nochmal seine Bücher in weitere Teile der Welt zu verkaufen. Nämlich nochmal, mein Ziel ist es nicht nur in Deutschland irgendwie erfolgreich zu werden und bisher bin ich auch am wenigsten erfolgreich tatsächlich in Deutschland. Nämlich die meisten von meinen Schülern kommen tatsächlich aus den USA und für mich ist persönlich sehr wichtig, dass ich halt nicht nur in Deutschland bleibe, sondern wirklich international eine Brand aufbaue, sodass man mich hoffentlich eines Tages mal in den USA kennt, vielleicht eines Tages mal in England kennt oder was weiß ich, irgendwo in Afrika oder ich gehe nach Asien und irgendjemand hat schon mal mein Buch gelesen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ich bin natürlich jetzt leider kein Popstar, der einfach einen Song schreiben kann, einen tollen Song schreiben kann, dann auf einmal eine Welttournee machen kann. Leider ist das nicht so und ich glaube auch nicht, dass meine Karriere jemals dort hingehen wird, bloß vielleicht ist es ja möglich, dennoch sich weltweit aufzustellen. Ich glaube, solche Leute wie Tony Robbins sind ja das perfekte Beispiel, dass es auch, sag ich jetzt mal, in Bereichen klappt, die jetzt nicht unbedingt einen Massenappeal so auf den ersten Blick haben. Genau, das ist auf jeden Fall noch eine Plattform, die mich persönlich sehr interessiert und ich muss mal schauen, ob ich dort auch nochmal meine Hörbücher und Bücher publizieren werde. Dann haben wir noch Container. Container ist eine Plattform, wo du nach Jobs suchen kannst, nämlich im Bereich Content Writing. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel gerne für, zum Beispiel hier, der erste Punkt wäre Women's Wellness Writer, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel für eine Lifestyle-Firma arbeiten möchtest und dort Artikel schreiben möchtest oder wenn du zum Beispiel dich auskennst in Marketing oder du möchtest für eine Marketingfirma arbeiten, kannst du hier, wie gesagt, jederzeit nach Jobs schauen. Das Interessante ist, dass halt hier du auch bei vielen Jobs sehen kannst, wie viel Geld du tatsächlich verdienen wirst und wir sehen noch zum Beispiel bei einigen hier, dass du 2000 Dollar im Monat verdienen kannst, 5000 Dollar und so weiter und so fort und wenn du zum Beispiel sagst, gut, ich bin eine Person, die ortsunabhängig arbeiten möchte und ich möchte nicht unbedingt an einem bestimmten Ort sein, ich möchte halt von überall aus arbeiten können, dann könnte Container für dich eine wirklich interessante Plattform sein. Zum Beispiel, bei mir ist es auch so, dass ich mir sage, gut, wenn ich zum Beispiel eines Tages nicht mehr das Unternehmen hätte, das ich derzeit habe, dann würde ich auf jeden Fall nach Remote Jobs suchen. Das heißt, ich würde nie und nimmer irgendeinen Job annehmen, wo ich an einem einzigen Punkt sein muss. Ich würde eher einen Job annehmen, wo ich überall sein kann. Das heißt, Thailand arbeiten kann oder aus den, ich sage es immer wieder, vielleicht, was weiß ich, ja, aus dem mittleren Westen in den USA oder wo ich auch gerne in Deutschland sein kann, aber wo ich einfach entscheiden kann, wo ich praktisch arbeite und vielleicht auch, wie viel ich arbeite. Genau deswegen, Container scheint für mich eine sehr interessante Plattform zu sein oder sagen wir mal so, jetzt nicht für meine persönlichen Zwecke, sondern es ist einfach eine Plattform, die man mal beobachten sollte und wenn du jetzt sagst, gut, solche Jobs sind für mich interessant, dann auf jeden Fall, schau dir die Plattform an. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass du bei allen Plattformen direkt angenommen wirst und vor allen Dingen ist natürlich, oder bei allen Firmen angenommen wirst. Ich kann natürlich auch nicht versprechen, dass das Ganze so ist, dass du praktisch einen festen Vertrag bekommst, sondern oft ist es auch so, dass die halt nach Freelancern suchen, aber da, wie gesagt, musst du in die unterschiedlichen Aufträge und die unterschiedlichen Angebote mal reinschauen. So, dann haben wir doch eine Plattform, diese nennt sich Mitroll. Mitroll ist eine Plattform, die du nutzen kannst als Podcaster, nämlich wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, ich habe meinen eigenen Podcast und ich möchte diesen Podcast monetarisieren, dann könnte Mitroll für dich eine interessante Plattform sein, nämlich Mitroll ist einfach eine Firma, die halt, ist dir erlaubt, Werbung in deinen Podcast zu schalten. Das heißt, du hast dann praktisch deinen Podcast und in diesem Podcast sind dann immer mal wieder irgendwelche Werbepausen und diese Werbung kommt dann halt von dir. Du kannst sie aufnehmen oder es gibt dann Clips, die eingespielt werden und das kannst halt komplett du entscheiden. Es gibt halt echt riesige Firmen, die halt hier mit Podcastern zusammenarbeiten. Ich würde mich aber nicht bei dieser Firma melden, wenn du noch ein sehr, sehr kleiner Podcaster bist. Das macht eher Sinn, wenn du halt schon ziemlich groß bist und vielleicht schon deine paar tausend Downloads am Tag hast. Das wäre schon ganz sinnvoll. Sonst natürlich, sein Podcast zu monetarisieren geht auf vielen, vielen Wegen, beispielsweise halt, indem du einfach die Clips auf YouTube postest und daraus eine Videoshow machst oder beispielsweise, indem du eigene Sponsoren suchst oder dass du sie hochlädst auf solchen Plattformen wie NKFM oder dass du tatsächlich, sag ich jetzt mal, ja, aus diesem Podcast noch eine eigene Show machst und diese publizierst über solche Plattformen wie, sagen wir mal, ja, Amazon Video Direct oder dass du zum Beispiel auch Gäste zum Podcast einlädst. Das heißt, dass du nicht nur einen Gast hast, der vor Mikrofonen sitzt, sondern vielleicht immer so ein kleines Publikum. Es gibt, wie gesagt, viele, viele Wege, wie du deinen Podcast monetarisieren kannst. Mitroll ist halt nur eine. So, wir haben jetzt nun über Mitroll, Container, dann über Fire und CINCI und CyberU gesprochen. Ich freue mich am meisten über CyberU. Da werde ich auch höchstwahrscheinlich meine Einnahmen mit euch teilen. Ich werde mal fragen, ob das für CyberU in Ordnung ist. Wenn ihr euch in meine Geldverdienenden Internetkurs einschreiben möchtet, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu diesem Kurs. Ich kann nicht versprechen, ob der Kurs tatsächlich für 9,99 Euro noch im Angebot ist. Ihr werdet auf jeden Fall über den Link in der Videobeschreibung den Kurs zum absoluten Bestpreis bekommen und würde mich also sehr freuen, wenn ihr euch einschreiben könntet. Ich denke, der Kurs wird euch sehr gefallen. Aber gut, das war es dann nun heute hier für dieses Video. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder 5 unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme vorstellen. Und ja, was für eine Überraschung. So ein Video habe ich ja hier noch nie gemacht. Ich habe übrigens vor, euch noch weitere Einkommenströme zu zeigen. Bisher habe ich ja glaube ich so ungefähr 150 unterschiedliche Einkommenströme hier auf diesem Kanal euch beschrieben. Ich versuche nochmal einige Videos zu Einkommenströmen zu machen, die ein bisschen tiefer gehen, werde aber weiterhin auch diese Videos hier publizieren. Wenn euch solche Art von Videos gefallen, dann auf jeden Fall lasst ein Like hier auf diesem Video da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Was genau werden wir hier in diesem Video besprechen? Ich möchte dir hier in diesem Video mal Einkommenströme zeigen, die wirklich sehr, sehr lukrativ sind, aber auch die vielleicht Einkommenströme sind, von denen du absolut noch nicht gehört hast. Es soll heute hier in diesem Video um eine Plattform namens Repixel gehen. Ich möchte dir einige Plattformen zeigen, wo du zum Beispiel deine Dienstleistungen anbieten kannst und auch eine Plattform, wo du beispielsweise deine Dienstleistungen in Form von zum Beispiel Touren oder zum Beispiel einen Weinabend oder was auch immer anbieten kannst. Das heißt, es geht da eher um Erfahrungen und diese Erfahrungen kannst du jederzeit online verkaufen. Das heißt, du musst noch nicht mal jetzt einen Uniabschluss haben oder du musst jetzt nicht ordentlich Startkapital haben oder was auch immer, um über diese Einnahmequellen Geld zu verdienen. Das brauchst du alles nicht und ich möchte dir wie gesagt heute diese Einnahmequellen hier vorstellen. Übrigens, wenn du dich in meinen Geldverdienen im Internetmeisterkurs einschreiben möchtest, dann kannst du das gerne jederzeit tun. Der Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Sehr viele von euch haben sich bisher in diesen Kurs eingeschrieben. Er hat bisher nur 45 Top-Bewertungen von euch bekommen. Ich freue mich sehr, dass vielen von euch der Kurs so gefällt. Ich habe viel positives Feedback erhalten und werde natürlich noch weitere Videos hier hochladen, werde durchgehend diesen Kurs updaten und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich einschreiben könntest. Ein Link zum Kurs befindet sich in der Videobeschreibung. Den Kurs kriegst du jetzt gerade für gerade mal 9,99 Euro. Ich weiß nicht, wie lange das Angebot noch existiert. Deswegen schau einfach mal in die Videobeschreibung, klick auf den Link und wenn er für 9,99 Euro da ist, schlag zu, weil ich kann das wie gesagt nicht versprechen für die Zukunft, ob sich da der Preis ändern wird oder nicht. Aber gut, fangen wir mal mit dem ersten Einkommensstrom an und dieser nennt sich Available. Available ist eine Plattform, wo du deine Dienstleistung anbieten kannst und das ist genau die Plattform, die ich eben gerade ansprach, nämlich es handelt sich hierbei um eine Plattform, wo du Dienstleistung in Form von zum Beispiel, sagen wir mal, Weinabenden oder Stadttouren oder Fototouren oder was auch immer anbieten kannst. Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade bei viel zu reisen und zum Beispiel jetzt die ganzen Orte, die ich mir ausgeschaut habe, da habe ich mal geguckt, welche unterschiedlichen Optionen es gibt, dort vielleicht etwas zu erleben. Nämlich man weiß ja selbst nie so wirklich, was kann man alles in einer Stadt kennenlernen, welche Dinge gibt es vielleicht, die nicht unbedingt in jedem Touriführer drin stehen und genau für solche Leute ist natürlich eine Plattform wie Available perfekt. Nämlich, was du praktisch hier auf Available machst, ist du bietest zum Beispiel eine Stadttour an oder du bietest zum Beispiel, sagen wir mal, eine Tour durch die besten Lokale an oder möglicherweise machst du eine Wandertour oder vielleicht bietest du einfach nur eine Fotosession an, wo du Leute mit der Kamera begleitest und zu den schönsten Orten der Stadt gehst und sie dort fotografierst. Es gibt wie gesagt viele Optionen und diese Dinge kannst du hier anbieten. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, gut, ich habe eine ordentliche Kamera, ich weiß, wie man ein paar schöne Fotos macht, dann kannst du natürlich jederzeit deine Dienstleistung hier anbieten und dann mit den Leuten, die bei dir buchen, durch die Stadt fahren und halt diese Fotos aufnehmen. Oder wenn du sagst, ich habe noch nicht meine gute Kamera, ich weiß nicht genau, wie man gute Fotos schießt, ich kenne mich aber hier in meiner Stadt gut aus, dann mach halt eine kleine Stadtrundfahrt mit den Leuten. Oder wenn du sagst, ich kenne mich auch nicht in der Stadt gut aus, es gibt aber so ein paar Orte, die ich wirklich schön finde, die ich Leuten gerne zeigen möchte, sowas wie vielleicht Dinge, die nicht unbedingt in jedem Touristenführer drin stehen, dann natürlich kannst du dies auch jederzeit tun. Die Plattform Vable ist dann eine Plattform, wo du genau diese Dienstleistung anbieten kannst. Viele von euch sagen jetzt sicherlich, das gibt es doch aber auch bei Airbnb und das stimmt. Das heißt, du kannst bei Airbnb deine Dienstleistung anbieten, kannst du bei Vable anbieten und das sind dann praktisch für dich zwei Einnahmequellen für dieselbe Sache. Das ist definitiv nicht schlecht. Dann die nächste Plattform ist eine Plattform, die sicherlich keinem von euch ein Begriff ist, denke ich mal. Es ist eine Plattform, die auch relativ neu ist. Diese Plattform nennt sich Repixel. Was genau kann man bei Repixel machen? Wenn du eine ordentliche Seite hast, das heißt, du hast eine relativ große Facebook-Seite oder hast eine ordentliche Webseite und du hast zumindest ein paar tausend User jeden Monat, dann kannst du folgendes machen. Dann kannst du dich hier auf Repixel anbieten oder kannst deine Seite hier anbieten und machst dann folgendes, nämlich du kannst halt deine Daten Leuten zur Verfügung stellen und diese Leute können zum Beispiel einen Lookalike-Audience oder was auch immer von deinen Daten machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, über die letzten Jahre habe ich mir eine ordentliche Audience aufgebaut, ich weiß ganz genau, wer mein Produkt interessiert ist und ich melde mich hier auf Repixel an, dann können andere Firmen, die in einer ähnlichen Nische wie du sind, dich kontaktieren, können sagen, hey, wir würden gerne deine Daten zu XYZ haben, würden daraus gerne eine Lookalike-Audience bilden oder halt zumindest die Daten, die du hast, nutzen, um neue Kunden zu generieren und so kannst du halt mit den Daten, die du selbst gesammelt hast, Geld verdienen und das, denke ich mal, ist eine wirklich schöne Sache. Das heißt, Repixel erlaubt es anderen Leuten, deine Audience zu pixeln und für all die Leute, die jetzt zum Beispiel meine Kurse gekauft haben, sagen wir nur der Facebook-Marketing-Kurs oder die Facebook-Werbeanzeigen-Kurs oder so, ihr wisst ganz genau, was ein Pixel ist. Für all die Leute, die es jetzt nicht wissen, ein Pixel erlaubt es uns einfach zu messen oder zu analysieren, wer denn überhaupt auf unserer Webseite ist beziehungsweise zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite oder anderen Seiten und wir können dann diese Informationen nehmen, um beispielsweise, sag ich jetzt mal, Charakteristika zu identifizieren und diese Charakteristika verwenden wir dann, um, sag ich jetzt mal, eine größere Gruppe von Menschen zu analysieren. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel die Charakteristika, sagen wir mal, weiblich zwischen 35 und 40 interessiert an Fußballschuhen und nehmen halt praktisch diese Interessen, übertragen die auf eine größere Gruppe und können dann halt durch unser Marketing, durch unser Pixel genauer einschätzen, wer denn interessiert ist, unsere Produkte zu kaufen und das, wie gesagt, ist hier ein Riesenvorteil bei Repixel und genau deswegen würde ich euch auch solch eine Einnahmequelle hier vorschlagen. Dann, die nächste Plattform ist Twago. Twago ist auch wieder eine Dienstleistungsplattform, nämlich ich hatte ja hier schon auf dem Kanal öfter mal über Plattformen wie zum Beispiel Freelancer gesprochen, ich hatte über Plattformen gesprochen wie Fiverr, Upwork, Workana, People per Hour, Guru und so weiter und so fort und eine weitere Plattform in diesem Bunde ist natürlich auch Twago. Wenn du deine Dienstleistung online anbieten möchtest, ist Twago definitiv eine Plattform, die Sinn macht. Es ist auch wieder halt eine Job, wo du Freelancing, eine Plattform, wo du Freelancing Jobs anbieten kannst, sei es nur im Bereich, sag ich jetzt mal Dienst, im Bereich Design oder sei es im Bereich Webentwicklung oder sei es im Bereich Coaching oder was auch immer, du kannst hier so gut wie alles anbieten. Dann, die nächste Plattform ist ServiceScape. ServiceScape ist eine Plattform, wo du auch wieder Freelancer finden kannst, bloß für eigentlich nur vier unterschiedliche Nischen, nämlich einmal die Nische Editors, das heißt Video Editing, dann Translators, also Übersetzung, dann Graphic Designers und Writers. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in einer von diesen vier Kategorien bist und du sagst, okay, ich möchte meine Dienstleistung online anbieten, dann ist ServiceScape eine Plattform für dich. Das ist auch wieder eine Option, die du hast, wenn du beispielsweise Transkriptionen anfertigst auf solchen Plattformen wie, sagen wir mal, GoTranscript, Rev.com und so weiter und so fort und du einfach nochmal auf weiteren Plattformen deine Dienstleistung anbieten möchtest. Dann kannst du das hier jederzeit tun, oder halt, wenn du sagst, gut, ich kann auch noch mehrere Sprachen, sagen wir mal Deutsch, Englisch, kannst du natürlich hier auch jederzeit als Translator arbeiten. Wenn du ein guter Video Editor bist oder du kennst dich einfach nur gut aus mit dem Editing von Dingen, dann kannst du natürlich hier auch jederzeit deine Dienstleistung anbieten. Du siehst auch hier, es ist eine ziemlich große Plattform, über 279.000 Projekte wurden bereits abgeschlossen, 84.000 registrierte Klienten und das Average Rating ist 4,90 aus 5, was natürlich auch super ist und viele große Plattformen oder viele große Universitäten übrigens auch vertrauen ServiceScape. Ich bin natürlich jetzt nicht gesponsert von irgendeiner von diesen Firmen, aber ist auf jeden Fall noch mal eine weitere Einnahmequelle, die ich mir anschauen würde, wenn ich du wäre und wenn du zum Beispiel sagst, gut, ich habe schon einige Einnahmequellen, dann vielleicht ist es nicht unbedingt so sinnvoll, noch sich auf einer weiteren Plattform anzumelden, aber ich persönlich bin ganz großer Fan davon, dass man zu jeder Zeit arbeiten kann. Das heißt, ich persönlich mag es, wenn ich überall weiß, okay, da kann ich Geld verdienen. Ich weiß also, auf ServiceScape kann ich mir Dienstleistungen anbieten, auf GoTranscript, auf Rev, auf Gengo, auf, sag ich jetzt mal, auf Fiverr, auf Upwork, auf Workana und so weiter und so fort. Ich habe dort überall meine Profile und wenn Leute sich bei mir melden, dann weiß ich halt, zack, daher kommt ein Auftrag, da kommt ein Auftrag, da kommt ein Auftrag, kann die halt hintereinander abarbeiten und kann dann am Tag, sagen wir mal, 100, 200 Euro gut damit verdienen. Das, denke ich mal, ist keine schlechte Strategie. Das heißt, du solltest niemals wirklich auf der Suche sein nach Jobs, sie sollten einfach reinkommen und da ist natürlich der große Vorteil bei solchen Plattformen oder bei der Strategie, die ich habe, dass du durchgehend eigentlich irgendwo Aufträge herbekommst, weil du ja auf mehreren Plattformen zur selben Zeit bist. Und dann, die letzte Plattform ist MindSumo. Das ist eine Plattform, wo ich lange drüber nachgedacht habe, ob ich die tatsächlich euch präsentiere oder nicht, weil ich normalerweise von solchen Plattformen nicht besonders viel halte als Einnahmequelle. Wenn du aber sagst, gut, ich habe jeden Tag, sagen wir, 10 Minuten in der Bahn oder ich habe 5 Minuten im Bus oder was auch immer, dann bietet es sich an, solche Aufgaben hier zu erledigen, nämlich MindSumo ist eine Plattform, wo es wirklich um Ideen geht. Nämlich beispielsweise kommt da eine Firma an, die sagt, hey, wir produzieren Badelatschen, und wie können wir unsere Firma nennen. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen coolen Namen für die Firma hast oder einen wirklich interessanten Namen, der vielleicht perfekt zu der Firma und der Corporate Identity oder was auch immer passt, dann natürlich kannst du diesen Namen als Vorschlag hier präsentieren und wenn dann die Plattform sagt oder diese Firma sagt, gut, das ist ein super Name, dann nehmen sie, wie gesagt, deinen Auftrag an, was einfach nur bedeutet, dass du praktisch Geld dafür bekommst, dass du dir einen coolen Namen ausgedacht hast. Wenn du natürlich hier auf Quantität gehst, dann kann es gut sein, dass du nicht besonders viel Geld verdienen wirst. Wenn du aber auf Qualität gehst, kann es gut sein, dass du sehr, sehr viel Arbeit in die ganze Sache reinstecken musst. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich komme sehr schnell oder ich schaffe es sehr, sehr schnell mit tollen Namen zu überlegen und ich weiß zum Beispiel, wie man schnell Probleme löst, dann ist vielleicht mein Sumo was für dich. Wenn du aber sagst, hm, ich habe damit Probleme, kreativ zu sein, ich habe damit Probleme, neue, sag ich jetzt mal, Namen zu finden oder möglicherweise Lösungen zu finden, dann ist diese Plattform hier nichts für dich. Ich würde es dir niemals als Haupteinnahmequelle vorschlagen. Es ist eine Plattform, wo du nochmal so ein bisschen Geld verdienen kannst, aber sagen wir es mal so, ich bin kein großer Fan davon, auf einer Plattform zu arbeiten, wo du, sag ich jetzt mal, Ideen liefern musst und du einfach nicht weißt, ob du für deine Idee oder für deine Arbeit Geld bekommst oder nicht. Also mein Tipp hier an dich ist einfach nur der folgende, sei dir halt sicher, wenn du auf solchen Plattformen hier arbeitest, dass du irgendwie auch im Vorhinein bezahlt wirst. Bei meinen Sumo ist das nicht der Fall. Ich würde dir eher nur vorschlagen, auf Plattformen zu arbeiten, wo du halt schon mal sowas wie eine Art Base Salary hast, oder also zumindest schon mal ein bisschen Geld bekommst oder wo du zumindest weißt, dass es auf deine Arbeit, auf deine Qualität, auf dein Marketing ankommt, um Geld zu verdienen. Hier kommt es ja wirklich nur auf das subjektive Empfinden von der Person oder der Firma an, die praktisch hier ein Inserat machte. Aber wie auch immer, das waren nun hier fünf unterschiedliche Einnahmequellen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Bitte hinterlasse ein Like auf diesem Video, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du dich in mein Geldverdienen im Internetkurs einschreiben möchtest, dann schau auf jeden Fall auch nochmal in die Videobeschreibung. Dort gibt es den Kurs derzeit gerade mal für 9,99 Euro. Das ist wirklich ein Sonderangebot. Würde mich sehr freuen, wenn du dich einschreiben könntest. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommensströme vorstellen. Es sollen in diesem Video mal wieder um ein paar wirklich kreative Gedanken gehen, nämlich zum Beispiel Einkommensströme wie 3D-Modelle oder zum Beispiel halt Icons und vieles, vieles mehr. Übrigens, wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann geh doch gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Das heißt, wenn du zum Beispiel wissen möchtest, wie man sich ein Online-Business aufbaut oder wenn du eine für dich zugeschnittene Strategie brauchst, dann lass uns doch einfach mal eine Stunde zusammen nehmen und einfach mal schauen, wie wir für dich deinen Plan aufbauen können. Aber sagen wir es einfach mal so, wenn ich zum Beispiel fünf Jahre zurückdenke, dann hätte ich mir wirklich eine Person gewünscht, die mir einfach all die Informationen gibt, die ich brauche, um ein Online-Business zu starten. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir für ganz, ganz viele Jahre aus allen möglichen Dingen Informationen zusammen sammeln musste, um dann praktisch mein Business zu starten. Das, wie gesagt, möchte ich euch abnehmen. Und ich denke, da reicht in den meisten Fällen tatsächlich eine Stunde aus, wo wir einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich entwickeln, den du anschließend umsetzen kannst, der dir dabei dann hilft, dein Online-Business aufzubauen. Würde mich also sehr, sehr freuen, wenn du einfach mal in die Videobeschreibung schauen könntest. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Würde mich sehr, sehr freuen, dich kennenzulernen und mit dir zusammen dein Business zu planen. Aber gut, fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Einkommensstrom und der ist sehr interessant. Nämlich, es handelt sich hierbei um die Plattform Botmakers. Botmakers ist eine Plattform, wo du deine Bot-Templates hochladen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen guten Chatbot erstellt hast, sei es nun zum Beispiel ein Chatbot über ManyChat oder andere Softwares, dann kannst du hier jede Zeit diesen Bot hochladen und dieser wird dann praktisch über die Plattform als ein Template verkauft. Botmakers an sich ist relativ neuer Markt. Das ist eine Plattform, die ich persönlich sehr interessant finde, weil ich derzeit zum Beispiel einen ziemlich großen Kurs zum Thema ManyChat fertig stelle. Und wenn du zum Beispiel einfach wirklich weißt, wie man ein Bot aufbaut. Zum Beispiel, wenn du das lernst durch meinen Kurs und du hast einen tollen Bot erstellt, kannst du den hier jederzeit zu Geld machen, weil halt Firmen relativ viel Geld tatsächlich dafür zahlen, einfach nur ein gutes funktionierendes Template zu haben. Botmakers ist die erste Plattform, die ich dir diesbezüglich sehr empfehlen kann. Es gibt noch weitere Plattformen, wo du jederzeit deine Bots verkaufen kannst. Über die werde ich später nochmal sprechen, also praktisch in einem meiner anderen Videos. Bloß, das ist hier schon mal die erste, die sich auf jeden Fall lohnt. Dann, die nächste Plattform ist Dreamstime. Dreamstime ist eine Plattform, wo du deine Fotos hochladen kannst. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel mal an, du baust nun ein Stock-Fotografie-Business auf, dann ist halt Dreamstime eine von den Plattformen, die sehr sinnvoll sein kann. Wenn du zum Beispiel auch tolle Videos hast oder tolle Audios hast oder zum Beispiel halt Musik hast oder was auch immer, kannst du all diese Dinge hier jederzeit auf Dreamstime hochladen. Dreamstime unterscheidet sich eigentlich rein von der Funktionsweise, nicht wirklich von Plattformen wie zum Beispiel Shutterstock oder LME oder was auch immer. Dreamstime an sich kann ich dir persönlich sehr empfehlen, weil du halt relativ viel von den Sales tatsächlich auch bekommst. Also du hast eine relativ hohe, sag ich jetzt mal, Provision, die du praktisch pro Sale bekommst. Und vor allen Dingen ist es auch nochmal eine weitere Plattform, wo ich persönliche Erfahrung habe und wo ich weiß, dass es sich lohnt, dort seine Fotos, Videos und so weiter und so fort zu publizieren. Nämlich gerade, wenn du zum Beispiel halt ein Stock-Fotografie-Business aufbaust, dann willst du ja nicht nur deine Fotos um eine einzige Plattform haben, sondern auch so vielen lohnenswerten Plattformen wie möglich. Das heißt, du hast dann zum Beispiel deine Fotos auf, sag ich jetzt mal, Schotterstock auf LME, auf Fotolia und so weiter und so fort. Und Dreamstime ist da auch nochmal eine sehr, sehr gute Alternative. Hier, wie gesagt, kannst du halt nicht nur Fotos hochladen, wie es bei anderen Plattformen so ist, sondern hier kannst du zum Beispiel halt auch deine Illustrationen hochladen, auch Icons übrigens hochladen. Du kannst den Blog da, nicht halt Blog hochladen, aber du kannst zum Beispiel im Blog lesen, welche weiteren Optionen es hier gibt. Aber ich kann dir schon mal Folgendes sagen, an sich ist die Plattform halt sehr sinnvoll. Du kriegst in den meisten Fällen ungefähr zwischen 50 bis 80 Prozent von dem, was tatsächlich die Plattform erhält. Das heißt, du zum Beispiel würdest jetzt bei einem Produkt, das sag ich jetzt mal 5 Euro kostet oder was auch immer, würdest du halt 2,50 bis, sag ich jetzt mal, 3,50 ungefähr erhalten. Dann, die nächste Plattform, die ich dir auch nochmal sehr empfehlen kann, ist CGTrader. Wenn du zum Beispiel ein Designer bist und du kannst 3D-Designs erstellen, dann ist auf jeden Fall hier diese Plattform etwas für dich. Dort werden 3D-Designs gehandelt von ein paar Euro zu ein paar hundert Euro pro Design. Und wenn du zum Beispiel ein tolles Design hast, das dann Leute sich in ihrem 3D-Drucker ausdrucken möchten, kannst du hier, wie gesagt, richtig gutes Geld verdienen. Das Einzige, was du tun musst, ist, du musst praktisch dieses Design einmal erstellen. Das Design wird dann hier hochgeladen und wird dann praktisch auslizenziert an andere Leute, die dann sich das Design herunterladen beziehungsweise halt kaufen können. Diese bezahlen dir dann eine bestimmte Summe Geld. Du gibst halt einen Teil an die Plattform ab, kriegst also praktisch von der Plattform eine Provision und das Modell wird dann praktisch hoffentlich von diesen Leuten dort dann ausgedruckt und kann, wie gesagt, dann verwendet werden, wie sie es möchten. Aber hier, wie gesagt, lädt man einfach 3D-Modelle hoch. Dann, die nächste Plattform ist auch nochmal Icon Finder. Viele von euch wissen ja, dass zum Beispiel, also, dass ich persönlich finde, dass zum Beispiel Icons eine sehr, sehr gute Alternative sind zu einem T-Shirt-Business. Nämlich viele von euch werden sicherlich bereits schon ein T-Shirt-Business gestartet haben oder daran gedacht haben, ein T-Shirt-Business zu starten. Ich habe nichts gegen Merch-Businesses, ich habe nichts gegen T-Shirt-Businesses. Das ist eine gute Einnahmequelle. Bloß, es ist einfach eine Einnahmequelle, die vielleicht irgendwann mal nicht mehr so attraktiv sein wird, wie sie es heute ist. Heißt also, du musst vorsorgen beziehungsweise musst dir parallel nochmal eine Alternative schaffen. Und diese Alternative könnte zum Beispiel ein Icon Business sein, weil es einfach eine Nische ist, die noch eigentlich kaum überlaufen ist. Es ist eine Nische, wo noch kaum einer tatsächlich quantitativ vorgegangen ist. Und wenn du zum Beispiel gut Icons designen kannst oder halt jemanden hast, der für dich Icons designt, dann würde ich auf jeden Fall deine Icons auf der Plattform Icon Finder hochladen. Ich denke mal, du wirst jetzt nicht hunderte von Euro mit Icon Finder am Anfang im Monat machen. Sondern eine Plattform, die ich dir diesbezüglich empfehlen kann, wenn du halt wirklich ordentlich skalieren möchtest und richtig gutes Geld direkt am Anfang mit Icons verdienen möchtest, ist natürlich The Noun Project. Bloß Icon Finder ist auf jeden Fall auch nochmal eine weitere sehr gute Alternative, um mit deinen Icons Geld zu verdienen. Es gibt natürlich noch andere Plattformen, wie zum Beispiel Icon Scout. Übrigens kannst du auch Icons auf der Plattform Dreamstime hochladen. Die hatten wir eben gerade schon mal besprochen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe keine Stockfotos, ich habe keine Stockvideos, ich habe keine Stockaudio Icons hochladen und mit diesen Icons Geld verdienen. Das ist halt auch nochmal eine weitere Option. Du kannst natürlich auch deine Icons auf ganz normale Stockplattformen hochladen, wie zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Shutterstock oder LME oder was auch immer. Aber Icon Finder ist halt praktisch schon so eine Plattform, die dafür speziell designt wurde. Daneben gibt es natürlich noch Iconscout und zum Beispiel The Noun Project. Das sind so drei Plattformen, die ich dir wirklich, wirklich empfehlen kann und wo die meisten Icon Designer auch das meiste von ihrem Geld verdienen. Das ist also auf jeden Fall auch nochmal eine Plattform, die ich sinnvoll finde. Dann, die nächste Plattform ist Creative Market. Das ist auch die letzte Plattform hier für dieses Video. Creative Market ist nochmal eine Plattform, wo du alle möglichen Dinge im kreativen Bereich verkaufen kannst. Das heißt, hier kannst du zum Beispiel Fotos hochladen, Grafiken, Templates, sei es nun zum Beispiel WordPress Templates, sei es nun zum Beispiel Templates für, sagen wir mal, ja, ein Dokument, sei es nun zum Beispiel ein Lebenslauf-Template und so weiter und so fort. Hier kannst du aber jederzeit zum Beispiel auch Schriftarten hochladen, Add-ons, 3D-Designs und so weiter und so fort. Das heißt, Creative Market ist praktisch ein Ort, wo du alle möglichen kreativen Dinge verkaufen kannst und das hilft dir natürlich dann dabei, auch nochmal deine Reichweite zu erhöhen, wenn du beispielsweise schon halt deine Designs oder deine, ja, Illustrationen oder Icons oder was auch immer auf anderen Plattformen verkauft hast. Auf anderen Plattformen verkauft hast. Zum Beispiel nehmen wir mal an, du bist jetzt auf CG Trader, das heißt auf dieser Plattform hier und du lädst dort deine 3D-Designs hoch. Dann würde es natürlich Sinn machen, die nicht nur auf dieser einen Plattform hochzuladen, sondern vielleicht nochmal auf einer weiteren Plattform und da, wie gesagt, könnte Creative Market für dich sehr sinnvoll sein. Wenn du sagst, okay, ich habe zum Beispiel Icons, kannst du die hier auch jederzeit hochladen. Du hast sie zum Beispiel auf The Noun Project, du hast sie zum Beispiel auf Icon Find, auf Icon Scout und so weiter und so fort und das wäre halt auch nochmal eine weitere Option, um praktisch Designs hochzuladen. Auch zum Beispiel eine Option finde ich hier ganz interessant, nämlich zum Beispiel, wenn du PowerPoint-Präsentationen hast, dann kannst du jederzeit diese PowerPoint-Präsentationen hier hochladen und kannst auch einfach dadurch, dass Leute sie kaufen beziehungsweise sich herunterladen, Geld verdienen. Es gibt natürlich noch weitere Plattformen, wie zum Beispiel Graphic River. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du hast deine Designs auf Creative Market, kannst sie gleichzeitig auch noch hochladen auf zum Beispiel Plattformen wie Graphic River und darüber auch nochmal ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, grundsätzlich würde ich dir immer vorschlagen, wenn du keine Exklusivitätsklausel bei diesen Plattformen vorliegen hast, dass du dann deine Designs und Produkte nimmst und halt nochmal auf andere Plattformen publizierst, um dort nochmal ein wenig extra Geld zu verdienen. Aber gut, das waren nun fünf weitere unterschiedliche Plattformen, wo du jederzeit Geld verdienen kannst. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann geh doch gerne in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zum Coaching-Programm. Wie gesagt, ich denke, eine Stunde reicht in den meisten Fällen aus, um einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln, mit dem du dein eigenes Online-Business aufsetzen kannst, sei es nun im Bereich Online-Kurs, sei es nun im Bereich Kindle-Bücher, Audio-Bücher, sei es im Bereich YouTube, sei es im Bereich Designs, Icons, T-Shirt-Business und so weiter, wir können gerne über all diese unterschiedlichen Möglichkeiten sprechen und ich kann dir für jede Möglichkeit einen Schritt-für-Schritt-Plan geben, den du dann umsetzen kannst und mit dem du dann dein eigenes Online-Business aufbaust. Ich habe hier sowieso schon viele, viele Videos auf diesem Kanal zu all diesen Themen, das heißt, wenn du dich von den Videos überzeugen möchtest, dann geh wie gesagt einfach mal nochmal auf den Kanal drauf, geh auf die Suchfunktion, schau dir die Videos zu diesen Themen an. Ich würde mich aber sehr, sehr freuen, dich kennenzulernen, deswegen schau einfach mal in die Videobeschreibung, dort befindet sich der Link. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentarsektion und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommenströme zeigen. Hier in diesem Video soll es mal wieder um ein paar wirklich kreative Wege gehen. Ich möchte mit dir über physische Produkte sprechen und vieles, vieles mehr. Ich glaube, dieses Video hier könnte auch für dich ganz interessant sein, wenn du tatsächlich Geld investieren möchtest. Wir werden nämlich auch nochmal zusammen über das Thema Peer-to-Peer-Kredite sprechen. Fangen wir mal zuallererst mit dem Tool Sibbit an. Sibbit ist ein Tool, das ein Distributionstool ist. Das heißt, du kannst damit deine Produkte über mehrere Plattformen zur selben Zeit publizieren. In den letzten Tagen hatte ich ja bereits mehr Videos zu Distributionstools gemacht. Ich hatte beispielsweise gesagt, dass es für E-Bücher so etwas gibt, sei es nun zum Beispiel Smashwords oder sei es nun zum Beispiel Lulu. Das sind beides Distributionstools für digitale Bücher. Du kannst natürlich aber auch deine Audiobücher über Distributionstools verkaufen, wie zum Beispiel ACX und Sibbit ist dazu das Pendant in der physischen Welt beziehungsweise halt in der Welt von physischen Produkten. Was genau macht Sibbit? Sibbit ist einfach nur ein Tool, wo du praktisch deine Produkte hochlädst. Diese Plattform beziehungsweise dieses Tool verteilt dann die Produkte auf mehreren anderen Plattformen, zum Beispiel Etsy und sie haben halt auch nochmal große organische Reichweite. Heißt also, du hast praktisch zwei Dinge zur selben Zeit gemacht, nämlich du hast zum einen halt die Produkte über all diese Plattformen publiziert, auf die du vielleicht vorher noch nicht mal publiziert hättest. Sibbit hat Reichweite auf diesen Plattformen, promotet deine Produkte und promotet natürlich auch die Produkte auf der eigenen Webseite und schafft es damals halt, dir mehr Reichweite zu erzeugen. Das ist auf jeden Fall ein Tool, das ich persönlich sehr, sehr interessant finde, wo ich um echt sein immer das Gefühl habe, dass relativ wenig Leute, die tatsächlich im physischen Bereich sind, es auch benutzen. Ich glaube, die wenigsten haben bisher von diesem Tool gehört und ich glaube, genau deswegen sollte es hier in diesem Video auftauchen. Genau, also Sibbit ist auf jeden Fall ein Tool, das ich sehr empfehlen kann. Dann der zweite Einkommensstrom ist Bondora Go & Grow. Ich denke, viele von euch haben sicherlich schon mal von Bondora gehört. Ich denke, viele von euch haben auch sicherlich schon mal von Peer-to-Peer-Krediten gehört. Zuallererst natürlich für all die Leute, die jetzt nicht wissen, was Bondora ist beziehungsweise was Peer-to-Peer-Kredite sind. Also Peer-to-Peer-Kredite sind einfach nur Kredite, die meist in Regionen vergeben werden, wo das Bankensystem nicht besonders gut ist beziehungsweise halt Kredite, die an Leute vergeben werden, die einfach nicht kreditwürdig sind. Und diese Leute sind natürlich dann gewillt, sehr, 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 sehr hohe Zinsen zu zahlen. Beispielsweise sowas wie 30, 40, 50 Prozent. Viele von diesen sogenannten Loans sind dann sogenannte Short-Term Loans. Das heißt, einige sind zum Beispiel jetzt in einem, ja, sag ich mal, vielleicht nur einen Monat oder 10 Monate oder 12 Monate oder was auch immer. Und da gibt es halt auch nochmal Long-Term Loans über 6 Monate, über 6 Jahre, über 10 Jahre und so weiter und so fort. Und bei Bondora Go & Grow kann man normalerweise mit einer Rendite von ungefähr 15 bis 25 Prozent rechnen. Zum Beispiel, ich bin derzeit bei einer Rendite von 22 Prozent. Ich habe einen guten Freund, der ist bei 25 Prozent. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die jetzt da ein bisschen konservativer vorgegangen sind, dass sie halt geringere Renditen haben. Aber gering jetzt hier mal in Anführungsstrichen, weil jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, in Deutschland kriegst du zum Beispiel für Festgeld so gut wie gar nichts, du kriegst für Tagesgeld so gut wie gar nichts und wenn du halt dann zumindest, sagen wir mal, 10 Prozent generierst, ist das schon extrem viel. Und da kommt jetzt nun Bondora Go & Grow ins Spiel. Also Bondora, wie gesagt, ist eine Plattform, wo du jederzeit Peer-to-Peer-Kredite vergeben kannst und halt extrem hohe Renditen generierst. Es ist aber wie gesagt auch eine Plattform, die etwas anbietet, das nennt sich Go & Grow und ist praktisch Tagesgeld, also man kann es nicht mit dem Tagesgeld vergleichen, halt im Bereich der Peer-to-Peer-Kredite. Bondora Go & Grow macht einfach nur Folgendes, du kannst halt dein Geld dort investieren, du kriegst 6,75 Prozent per annum, heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel 1.000 Euro investierst, würdest du 67,50 Euro als Rendite haben und du kannst aber jederzeit dein Geld auch wieder rausnehmen, was natürlich super ist. An sich, wie viel Geld würde ich in Bondora Go & Grow investieren? Gute Frage, ich würde im Echtzeit nicht besonders viel Geld da rein investieren, weil halt einfach, du schon auf Bondora höhere Renditen bekommst. Klar, wenn du jetzt ein bisschen deine, sag ich jetzt mal, dein Risiko ein bisschen streuen möchtest oder vielleicht dein Risiko minimieren möchtest, könnte so etwas ganz sinnvoll sein, bloß um ehrlich zu sein, sollte man grundsätzlich nicht besonders in Peer-to-Peer-Kredite meines Erachtens investieren. Also, das soll einfach nur bedeuten, du sollst jetzt nicht dein ganzes Geld reinschmeißen. Zum Beispiel in meinem Falle, ich würde niemals mehr als 10 Prozent meines gesamten Vermögens in Peer-to-Peer-Kredite stecken und vor allen Dingen auch nicht in eine einzige Plattform, zum Beispiel, ich bin investiert derzeit auf zwei Plattformen, nämlich einmal Bondora und einmal Mintos, ich bin nirgendwo anders derzeit investiert, ich bin aber auch nicht besonders viel in Peer-to-Peer-Kredite, wenn Peer-to-Peer-Kredite investiert, das wird aber noch in der Zukunft kommen, ich habe nochmal vor, mindestens 10.000 in Peer-to-Peer-Kredite jetzt über das kommende Jahr zu investieren, ich habe nicht vor, noch nicht mal 10 Prozent meines Vermögens da rein zu investieren, weil ich derzeit glaube, dass halt einfach viele, viele Peer-to-Peer-Plattformen ja, nicht unbedingt auf einem absteigenden Ast sind, das ist falsch gesagt, sondern eher, weil ich halt gesehen habe, wie zum Beispiel in Asien Peer-to-Peer-Plattformen den Bach untergehen können, dass Peer-to-Peer halt einfach nicht besonders sicher ist, nämlich klar, Mintos und Bondora sind definitiv die sichersten Plattformen derzeit auf dem Markt und auch dieses Go and Grow ist schon sehr, sehr, sehr attraktiv, bloß nicht vergessen, wenn ihr mal euch anschaut, wie zum Beispiel in China und vielen, vielen anderen Volkswirtschaften in Asien solche Peer-to-Peer-Plattformen aus dem Boden gesprossen sind und auch viele, denen man sehr vertraut hat, die dann wieder verschwunden sind, das macht einem dann doch schon ein bisschen Angst und ich muss eigentlich zugeben, wenn ich zum Beispiel 10 Prozent meines Geldes in Peer-to-Peer hätte, wäre das richtig viel, ich will jetzt nicht 10 Prozent meines Geldes verlieren. Heißt also, bei mir ist es zum Beispiel so, ich investiere relativ wenig in Peer-to-Peer, aber das, was ich investiere und die Rendite, die ich bekomme, ist natürlich absolut super. Also zum Beispiel bei Mintos habe ich 11,89 und bei Bondora müsste ich sowas wie 22 Prozent derzeit Rendite haben. Würde ich euch Go and Grow empfehlen? Ja, für jede Person, die jetzt sagt, ich möchte nicht besonders viel Risiko eingehen, ich möchte jederzeit mein Geld wieder zurückhaben, für die ist natürlich Go and Grow super. Dann kommen wir zur nächsten Plattform, nämlich TuneCore und ich glaube, viele von euch haben vielleicht schon mal TuneCore auf Facebook gesehen, weil nämlich TuneCore macht extrem viel Werbung auf Facebook und es ist wieder ein Distributionstool, nämlich für Musik in diesem Falle. Und was TuneCore macht, ist, finde ich, absolut super, nämlich sie verkaufen deine oder publizieren deine Werke über Spotify, iTunes, Tidal, Google Play und Amazon Music und nochmal ein paar andere Netzwerke und du darfst zur selben Zeit 100 Prozent deine Einnahmen behalten, was natürlich unfassbar ist. Und an sich ist TuneCore finde ich immer ganz sinnvoll, weil du normalerweise natürlich auf all diesen Plattformen deine Accounts anlegen müsstest und du müsstest dann immer deine ganze Musik dort überall hochladen und das dauert ewig. Es macht eher Sinn, zum Beispiel das Ganze einfach nur über TuneCore hochzuladen und die publizieren halt deine Werke über Spotify, iTunes, Tidal, Google Play und Amazon Music und das macht natürlich den Prozess sehr, sehr viel schneller, gerade halt, wenn du vielleicht sehr viel Musik produzierst, sagen wir mal, du bist zum Beispiel ein Haus-DJ oder was auch immer und du machst dauernd irgendwelche Mixer oder du hast dauernd irgendwelche neuen Songs, die rauskommen und produzierst nicht im traditionellen Sinne Alben, sondern vielleicht irgendwelche viele EPs oder was auch immer, dann natürlich ist es sinnvoll zu sagen, okay, man nutzt TuneCore oder auch grundsätzlich finde ich, ist es sinnvoll zu sagen, man benutzt TuneCore, weil du halt einfach 100% deine Einnahmen weiter behalten kannst. Dann, die nächste Einnahmequelle ist Freelancer. Freelancer.com ist nochmal eine Plattform, die ich den meisten Leuten empfehle. Es handelt sich hierbei um ein Pendant zu Fiverr beziehungsweise halt zu Plattformen wie Guru oder Upwork. Freelancer an sich ist halt eine Plattform, die aber ein bisschen anders funktioniert, nämlich es ist eine Plattform, die nach dem Auktionsprinzip basiert, das heißt, oder auf dem Auktionsprinzip basiert. Nehmen wir mal zum Beispiel an, jemand möchte eine Webseite erstellt bekommen. Dann geht die Person hier auf Freelancer und sagt, hey, ich würde gerne eine Webseite erstellt bekommen und Leute können sich dann darauf bewerben. Und wenn zum Beispiel du jetzt das günstigste Angebot lieferst, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass du auch genommen wirst. Wenn du jetzt ein Angebot lieferst, das vielleicht zu teuer ist, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht genommen. Heißt also, der günstigste gewinnt meistens beziehungsweise der erfahrenste. Wie sieht es mit dem Potenzial aus? Ist relativ schwer zu sagen. Also zum Beispiel, als eine Plattform, auf der man flippt, macht das Ganze Sinn bloß. Du musst halt immer Folgendes beachten. Du konkurrierst mit sehr vielen Leuten aus Dritte-Welts-Ländern. Heißt also, du konkurrierst mit Leuten irgendwie aus Indien, Bangladesch, Pakistan und so weiter und so fort. Und in diesen Ländern arbeiten natürlich die Leute für sehr, sehr weniger Geld. Sehr, sehr viel weniger Geld. Heißt also, es kann gut sein, dass zum Beispiel Leute jetzt irgendwie, sagen wir mal, 150 Euro für eine Webseite bieten und du denkst dir, mein Gott, dafür lohnt es sich doch gar nicht überhaupt den Computer anzufeuern und das kann tatsächlich auch so sein. Heißt also, es macht eher zum Beispiel Sinn, Folgendes zu tun. Nämlich zu sagen, okay, ich habe halt dort einen Auftrag, der bringt mir 180 Dollar. Ich suche jemanden, der es für mich für weniger Geld macht, sagen wir mal für 120 Dollar und dann hältst du halt hier einen Profit von 60 Dollar gemacht. Und das, wie gesagt, wäre vielleicht eine Strategie, die hier ganz sinnvoll wäre, die Arbeit selbst zu erledigen. Ja, sind halt, die Profile, die du hier machst, eigentlich ziemlich gering. Da ist es dann vielleicht eher sinnvoll zu sagen, gut, da flippe ich lieber diese ganzen Dienstleistungen und suche halt mir jemand, der das Ganze für viel, viel weniger Geld macht. Übrigens, ich würde hier auch, wenn du tatsächlich flippst, würde ich quantitativ vorgehen, nämlich auf möglichst viele Aufträge würde ich mich bewerben, dass du halt auch möglichst viele Leute hast, die potenziell von dir kaufen. Genau, dann die nächste Einnahmequelle ist Blogmission und das ist eine wirklich interessante Einnahmequelle. Nämlich, wenn du zum Beispiel Blogger werden möchtest, würde ich dir grundsätzlich vorschlagen, auf mehreren Seiten zu bloggen. Nämlich zum einen natürlich macht es Sinn zum Beispiel über Medium zu bloggen, es macht zum Beispiel Sinn auch früher noch, jetzt gibt es leider diese Option nicht mehr, auf Quora zu bloggen oder zum Beispiel halt eine eigene Webseite aufzumachen, diese halt zu monetarisieren mit, sei es nun zum Beispiel YouTube-Videos, mit zum Beispiel irgendwelchen Affiliate-Links mit eigenen Produkten, mit Coaching und so weiter und so fort. Du kannst natürlich aber auch deine Blogs nehmen und einfach an Firmen verkaufen und diese Distribution beziehungsweise diese Option bietet halt Blogmission und genau deswegen kann ich jetzt sagen, es ist auf jeden Fall ein interessanter Weg, Geld zu verdienen. Nämlich nehmen wir zum Beispiel an, du schreibst wirklich tolle Blogartikel und die könnten auch Firmen interessieren, dann erstellst du dir hier einen Account und dann können halt Firmen jederzeit von dir diese Artikel kaufen. Macht auf jeden Fall Sinn für all die Leute, die bereits einen Blog haben beziehungsweise dir halt gerne Bloggen, ist eine super Einnahmekölle. Ich kenne viele Leute, die bei Blogmission tatsächlich Geld verdienen und gerade halt, wenn du mehrere Einnahmeköllen hast im Bereich Blogging, ist es denke ich mal sinnvoll zu sagen, gut, dann nehmen wir halt noch eine weitere Einnahmekölle hinzu und diese wie gesagt könnte Blogmission sein. An sich, das waren nun hier wieder fünf unterschiedliche Einkommensströme, die ich hoffe, die du vielleicht bisher noch nicht gekannt hast. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren könntest, falls dir dieses Video gefallen hat und falls du irgendwelche Fragen hast, dann schreib es doch gerne in die Kommentarsektion und ich werde mich alsbald bei dir melden. Danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder fünf unterschiedliche, kaum bekannte Wege zeigen, wie du online Geld verdienen kannst. Es handelt sich hierbei um ein paar vielleicht exotische Einkommensströme, nämlich Themen wie zum Beispiel Kunst verkaufen, 3D-Designs verkaufen oder auch zum Beispiel solche Dinge wie Transkriptionen, das heißt Dinge vielleicht, die ich bisher noch nicht besonders tiefgehend besprochen habe. Ich werde dir wieder so ein bisschen zeigen, wie sage ich jetzt mal diese Plattform funktionieren, möchte mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie viel Geld du dort verdienen könntest, möchte vielleicht nochmal ein paar Kombinationen dir auch erklären, nämlich wenn du beispielsweise nur auf einer einzigen Plattform hochlädst, dann ist das meist nicht besonders profitabel. Man sollte grundsätzlich probieren, immer ein bisschen mal links und rechts zu gucken und die Fühle auszustrecken, um weitere Einnahmequellen aufzubauen und über all diese Dinge werde ich mit dir hier in diesem Video sprechen. Ich würde mich übrigens sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren könntest. Wenn dir dieser Content gefällt, dann klick einfach unten auf den Abonnieren-Button. Aber gut, fangen wir mal an mit dem ersten Einkommensstrom. Dieser nennt sich Artfire. Für all die Leute von euch dort draußen, die künstlerisch begabt sind, für euch ist Artfire, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Plattform. Was genau ist das für eine Plattform? Es ist einfach nur eine Plattform, wo du deine selbstgemachten Gegenstände hochladen kannst. Seien das zum Beispiel irgendwelche Kleider, die du designt hast oder Ringe oder grundsätzlich Schmuck oder vielleicht hast du ja irgendwelche Holzgravuren gemacht oder du kennst dich aus mit Dingen wie, sag ich jetzt mal, Siebdruck und kannst zum Beispiel einen tollen Siebdruck für Leute erstellen und so weiter und so fort. Solange du Dinge selbst mit deinen Händen erschaffen kannst und du, sag ich jetzt mal, irgendwie künstlerisch begabt bist, in diesen beiden Fällen ist definitiv Artfire für dich eine interessante Plattform. Nämlich auf Artfire kannst du zum Beispiel, wie wir es hier oben sehen, Jewelry hochladen, Sachen für zum Beispiel Hochzeiten, dann Clothing and Accessories, also praktisch Klamotten, dann, wenn du zum Beispiel etwas für Kinder herstellst, auch jederzeit, ja, also praktisch einfach nur irgendwelche, vielleicht Spielzeuge für Kinder oder ähnliches, dann natürlich Home and Living, vielleicht Deko und sonst Craft, Supplies und Tools und sonst auch nochmal Entertainment. An sich ist Artfire nicht besonders viel anders von Plattformen wie zum Beispiel Etsy. Ich persönlich finde Artfire und Etsy eigentlich gleich gut, um echt zu sein. Vielleicht hat Etsy nochmal ein bisschen höhere Reichweite und vor allen Dingen auch über Google rankt oder grundsätzlich über Suchmaschinen ranken Etsy-Shops meistens sehr viel besser als Artfire-Shops, ist es aber praktisch einfach nochmal eine weitere Option. Auch hier hast du wieder organische Reichweite praktisch genau wie bei Etsy und es gibt auch wieder von den Curatern hier Picks, das heißt die Leute, die die Plattform leiten, da gibt es solche sogenannten Curators, die praktisch auch nochmal sich die ganzen unterschiedlichen Produkte angucken und wenn zum Beispiel ein bestimmtes Produkt den Leuten sehr gefällt von Artfire, dann können sie halt dieses Produkt auch für dich promoten und zum Beispiel auf die erste Seite bringen und so weiter und so fort. Dann die nächste Plattform ist eher ein Distributionstool und dieses nennt sich Smashwords. Für all die Leute, die nach anderen Optionen suchen als Kindle, für die wäre vielleicht Smashwords eine gute Option, nämlich Smashwords macht folgendes, die publizieren halt und verkaufen halt deine Bücher über viele, viele andere Plattformen, wie zum Beispiel Barnes & Noble, Script, Tolino, Apple Books und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst mit praktisch dieser Plattform deine Bücher auf allen möglichen anderen Plattformen verkaufen und erhältst dann halt sogenannte Royalties ausbezahlt, das sind dann praktisch einfach deine Einnahmen, die du aus deinen Büchern generiert hast. Natürlich grundsätzlich macht es immer Sinn zu sagen, okay, man publiziert die Bücher zum Beispiel halt über Kindle oder man publiziert sie über Smashwords. Es ist übrigens nicht erlaubt, die Bücher über Kindle und über Smashwords zu verkaufen. Du kannst dich halt immer nur für eins von beiden entscheiden. Du kannst also jetzt nicht zum Beispiel sagen, gut, dann packe ich sie halt auf Kindle und ich packe sie auf Smashwords, außer du entscheidest dich dafür halt, die Bücher wirklich nur zu einem bestimmten Preis anzubieten, sodass du halt nicht ins KDP-Programm fällst, sondern einfach nur ins Kindle-Programm. Das, wie gesagt, ist eine Option. Ich glaube, ich persönlich publiziere übrigens meine Bücher nicht über Smashwords. Ich glaube, bei Smashwords sollte es keine Exklusivitätsklausel geben, die Kindle ausschließt. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da vielleicht nochmal nachschauen. Es könnte nämlich dann sein, wenn dem tatsächlich so wäre, dass wenn du deine Bücher über Smashwords publizierst, du sie nicht über Kindle publizieren darfst, aber davon gehe ich nicht aus. Ich denke, wenn du halt deine Bücher über Kindle publizierst und nicht über das KDP-Programm und gleichzeitig deine Bücher über Smashwords publizierst, ist das definitiv keine schlechte Option. Grundsätzlich würde ich folgendes empfehlen, nämlich deine Bücher hochladen auf Smashwords, dann halt die Bücher auch nochmal hochladen über das ganz normale Kindle-Programm und vielleicht nochmal die Bücher self-hosten über solche Plattformen wie Gumroad und die dann vielleicht nochmal ein bisschen höherpreisiger anbieten und eigene Evergreen-Funnels bauen, sei das zum Beispiel eine Paid-Advertising-Kampagne oder sei das zum Beispiel YouTube-Videos, die du publizierst und in denen du auf dein Buch hinweist, sei das zum Beispiel eine Webseite, die du hast, einen Blog und so weiter und so fort. Dann die nächste Einnahmequelle, die ganz interessant ist, ist Remote.co. Zum Beispiel ein Weg, den ich persönlich immer sehr, sehr interessant finde, Geld zu verdienen, ist durch sogenannte Remote Jobs. Zum Beispiel, wenn ich eines Tages tatsächlich mal zu einem Job zurückkehren müsste, das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meiner Firma kein Geld mehr finde, aus irgendeinem Grund auch mein ganzes Geld, das ich angespart habe, weg sein sollte, wovon ich definitiv nicht ausgehe. Aber nehmen wir mal an, das würde tatsächlich passieren, dann ist natürlich so eine Plattform wie Remote.co sehr, sehr, sehr attraktiv für mich. Warum? Weil es sich dabei um Remote Jobs handelt, das heißt, ortsunabhängige Jobs. Du kannst diese Jobs, solange du meistens einen Telefonanschluss oder halt eine Internetverbindung hast, von überall in der Welt machen. Das heißt, du kannst am Strand in Thailand liegen, du kannst in Urwäldern des Amazonas sein und so weiter und so fort. Du kannst wirklich von überall aus arbeiten. Und das finde ich persönlich sehr attraktiv, weil ich mir grundsätzlich geschworen habe, dass ich nie wieder in einem Büro sitzen werde. Also nicht in einem herkömmlichen Büro, wo ich für eine andere Person arbeite. Vielleicht habe ich immer eines Tages ein richtiges Büro mit vielen Mitarbeitern, wer weiß. Derzeit, wie gesagt, ist das bei mir nicht der Fall. Grundsätzlich probiere ich halt immer mein Unternehmen so aufzusetzen, dass ich es halt von überall aus leiten kann. Ich möchte auch grundsätzlich mein Unternehmen mit Spaß leiten, nämlich ich bin so eine Person, die sagt, okay, mir ist es auch wichtig, dass ich einfach Freude bei meinem Arbeiten habe. Und wenn ich dafür zumindest ein bisschen Geld einbüßen muss, dann ist das halt so. Zum Beispiel, ich könnte mich definitiv dafür entscheiden zu skalieren. Ich könnte sagen, gut, dann baue ich halt ein Team auf, dann hier miete ich mir ein Büro und habe dann meine Mitarbeiter und so weiter und so fort und vielleicht würde ich damit mehr Geld verdienen. Bloß, was ich derzeit einfach nur noch vielleicht auch zu diesem Punkt hier sagen wollte, ist das Folgende. Nämlich, wenn du praktisch für ganz, ganz viele Jahre in so einer Situation bist, wo es dir nicht Spaß macht, an deiner Firma zu arbeiten, wirst du halt einfach nicht glücklich werden. Und vor allen Dingen, auch in meinem Fall ist es so, dass ich mir denke, ich bin noch jung, ich habe das große, nicht unbedingt das Glück, aber ich habe die große Freude, dass ich halt sehr jung bin und sehr gutes Geld verdiene. Und für mich persönlich ist es einfach wichtig, diese Jahre auch zu nutzen. Das heißt, heißt, dass ich nicht nur für die nächsten 10 Jahre unter dem Büro sitze und dann mit 30, 40 anfange zu reisen. Nein, ich werde definitiv auch jetzt viel, viel rumkommen, werde viel erleben und so weiter und so fort und nebenbei natürlich weiter noch mein Unternehmen weiter skalieren. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte aber kein Unternehmer werden, ich möchte nicht dieses Risiko haben, ein Unternehmen aufzubauen, dann vielleicht ist remote.co für dich eine ganz sinnvolle Plattform, weil du dort jederzeit nach Remote Jobs suchen kannst. Und übrigens, viele von diesen Jobs benötigen keinesfalls einen universitären Abschluss. Das heißt, wenn du zum Beispiel keinen Bachelor oder Master hast und vielleicht, wenn du nicht mal ein Abi hast, ist das absolut gar kein Problem. Es gibt hier viele, viele Jobs, die gutes Geld zahlen und wo du auf jeden Fall remote arbeiten kannst. Übrigens, zum Beispiel für all die Leute, die vielleicht, ja, sich für etwas oder für so etwas zu schicklich sind, zum Beispiel Inbound oder Outbound Call Center, kannst du auch von überall aus der Welt machen. Gerade wenn es halt zum Beispiel um Kundenakquise geht, sind die meisten Firmen da sehr, sehr locker mit, dass sie einfach sagen, okay, du kannst ja von überall aus der Welt arbeiten, musst du halt bloß schauen, dass du jeweils halt in diesen Ländern nicht nur zu teure Flatrate hast und da hunderte von Euro ausgibst für Telefongespräche. Bloß wenn du halt zum Beispiel Inbound oder Outbound machst, Outbound verdienst du gerne mal 3, 4 Netto im Monat, bei Inbound verdienst du sehr, sehr viel weniger. Bloß zum Beispiel, hier gibt es auch auf remote.co halt wirklich Jobs, wo du Outbound mit halt Boni drauf gerne 3, 4 im Monat verdienst. Sicherlich ist halt das Base Salary, das Grundgehalt, sag ich jetzt mal, liegt bei vielleicht, naja, 2 ungefähr, ja, bei 2 Netto oder so müsste es sein. Es kann aber gut sein, dass du halt auch durch Boni sehr, sehr viel mehr verdienst und übrigens, wenn du einen Remote Job hast, kannst du jetzt auch nochmal auf der anderen Seite andere Dinge machen. Kannst vielleicht nochmal ein paar weitere kleinere Einnahmequellen dir aufbauen. Übrigens, Tipp ja an dich, ist auch nochmal der folgende, nämlich stell dir zum Beispiel mal Folgendes vor. Nehmen wir mal an, du bist nun, du bist ein Frühaufsteher. Du stehst um 6 Uhr morgens auf und arbeitest an deinem Remote Job für 8 Stunden am Tag. Von 6 bis 14 Uhr, dann bist du durch und dann kannst du den ganzen Tag machen, was auch immer du möchtest. Zum Beispiel, ich bin grundsätzlich eine Person, ich stehe derzeit relativ früh auf, weil ich halt einfach den Tag extrem nutzen möchte. Das heißt, ich stehe zum Beispiel auf, 5, 5 Uhr 30, fange an zu arbeiten und dann, wenn ich zum Beispiel 10 Stunden arbeite, bin ich halt um 15 Uhr mit allem fertig und kann dann auch den ganzen Abend machen, was auch immer ich möchte. Das tue ich zwar nicht, weil ich ein Workaholic bin, aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich möchte einfach nur einen Job annehmen, Remote.co könnte hier eine wirklich, wirklich sinnvolle Option sein und vor allen Dingen gibt es hier viele Jobs, die auch wirklich Spaß machen. Gut, dann scrollen wir mal runter und machen weiter mit Ponoko. Ponoko ist eine Plattform, wo du deine 3D-Designs hochladen kannst, nämlich hier sehen wir folgendes, es gibt derzeit auf der Plattform soweit ich weiß ziemlich nur 10.000 Designs, können auch wahrscheinlich schon mehr geworden sein und diese Designs fangen halt an von 18 Dollar. Du kannst halt jederzeit deine Designs hier hochladen und die Plattform druckt dann für dich diese 3D-Designs aus. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein talentierter 3D-Designer bist, ist das hier auf jeden Fall für dich eine Plattform, die sich lohnen könnte. Es müsste ponoko.com sein, deswegen schaut dort einfach mal vorbei. Nämlich, die machen das praktisch in ihrer Firma, du müsst dich nicht mehr darum kümmern, diese 3D-Designs selbst auszudrucken. Die schiffen das Ganze dann zu dir und es gibt sogar noch eine 365-Tage-Geld-Zurück-Garantie, was ich einfach nur verrückt finde, aber gut, das ist anscheinend deren Versprechen. Sonst, du kannst halt hier deine Designs hochladen, kriegst dann Royalties ausgezahlt und diese Royalties sollten dann, glaube ich, an dein PayPal-Konto gehen. Schaut aber auf jeden Fall nochmal in die Nutzungsbedingungen rein. Und dann haben wir noch die letzte Plattform, die ich grundsätzlich immer empfehle, wenn du ganz, ganz kleine Summen Geld verdienen möchtest und du vielleicht einfach jeden Tag, weiß nicht, 20 Minuten im Bus sitzt und vielleicht diese Zeit effektiv nutzen möchtest. Da könnte GoTranscript für dich eine wirklich interessante Option sein, nämlich bei GoTranscript erstellst du Transkriptionen, was einfach nur bedeutet, du erhältst halt eine MP3-Datei. Diese MP3-Datei sollst du abschreiben, das heißt, alles, was gesagt wird, soll in Text umgewandelt werden und du erhältst hier halt auf der Plattform für kleinere Aufträge so 5 oder 10 Dollar oder 20 Dollar mal und es kann gut sein, dass du von diesen kleinen Aufträgen, wenn du halt den ganzen Tag arbeitest, vielleicht 6, 7 ungefähr schaffst, das heißt, du bist vielleicht bei 60, 70 Dollar am Tag, das ist jetzt keine horrende Summe, ich habe auch nie gesagt, dass auf GoTranscript du Multimillionär wirst, keinesfalls, aber wenn du halt zum Beispiel wirklich nicht weißt, wie man online Geld verdient und du möchtest eine ganz, ganz simple Aufgabe haben, dann ist GoTranscript hier auf jeden Fall eine gute Option. Das, wie gesagt, waren nun 5 unterschiedliche Einkommensströme, die du dir online aufbauen kannst. Welcher von den Einkommensströmen ist für dich am attraktivsten, schreib es doch gerne in die Kommentarsektion. Übrigens, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren könntest. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne wieder 5 unterschiedliche, kaum bekannte Online-Einkommensströme präsentieren. In diesem Video soll es um Plattformen gehen, wie zum Beispiel DTube und Gengo. Wir wollen uns aber auch noch mal 3 weitere Plattformen angucken, wo es zum Beispiel um Mikroarbeiten geht und noch einiges anderes. Fangen wir doch erstmal an mit einer Plattform namens DTube. Ich denke, viele von euch hatten ja gestern schon mein Video gesehen zu unterschiedlichen Einkommensströmen, die kaum jemand kennt und ich denke mal, DTube ist auch dabei. Vielleicht, wenn einige von euch die Plattformen kennen, ich denke, die meisten aber eher nicht. Ich hatte ja schon gestern gesagt, dass DLive so ein bisschen das Pendant zu Twitch ist und DTube ist halt irgendwie das Pendant zu YouTube. Über beide Plattformen wirst du via Kryptowährung bezahlt, das heißt, du überweist dir praktisch dann selbst dein Geld, dass du über diese Plattform von der Community erhältst und bei DTube ist es so, dass wir halt Videos hochladen können, wir können diese automatisch auch auf Steemit posten, das ist auch eine Plattform, wo du halt über Kryptowährung bezahlt wirst, nämlich mit der Kryptowährung Steam und SBD, auch der sogenannte Steam-Dollar und das sind einfach zwei Plattformen, wo du noch Geld verdienen kannst, obwohl ich eher das Potenzial bei DTube sehe und nicht unbedingt das Potenzial bei Steemit sehe. Warum? Weil nämlich Steemit einfach nur voller Bots ist und weil du bei Steemit an sich, sag ich jetzt mal, eine sehr, sehr viel größere Konkurrenz hast als bei DTube. Natürlich muss man sich fragen, wo baut man am besten eine Following auf, Steemit oder DTube? Gute Frage, ich würde eher DTube empfehlen, ich zum Beispiel habe auch einige Videos auf DTube und hatte auch früher viel über Steemit gebloggt, bloß als ich es dann nicht mehr lohnte und auch Steemit an Wert verlor, habe ich es einfach nicht mehr gemacht und deswegen würde ich heute um echt sein nicht vorschlagen, mehr über Steemit zu bloggen, DTube kann aber noch für gute Video-Creators Sinn machen. Dann die nächste Plattform ist Gengo. Gengo ist eine Übersetzungsplattform, hier kannst du jederzeit als Übersetzer arbeiten. Das ist übrigens auch der Ort, wo ich persönlich meine Bücher übersetzen lasse, das heißt zum Beispiel meine Kindle-Bücher, dort bezahlt man als eine Person, die halt praktisch eine Übersetzung haben möchte, 6 bis 12 Cent pro Wort, das übersetzt werden soll. Du als Übersetzer kriegst in den meisten Fällen so etwas wie 3 bis 4 Cent für jedes übersetzte Wort. Das ist nicht besonders viel, auch in, sag ich jetzt mal, Fachkreisen, in Anführungsstrichen, ist das nicht besonders viel, es ist aber definitiv ein Weg, wie du schnell Geld verdienen kannst. Eine Sache, die diesbezüglich auch nochmal interessant ist, ist das folgende, nämlich zum Beispiel bei solchen Plattformen wie GoTranscript, da ist es so, dass du extrem viele Audio-Teile hast. Das heißt, du hast zum Beispiel eine MP3 und diese musst du dann abschreiben und daraus halt ein Transkript machen. Bei Gengo ist es eher so, dass du zum Beispiel Texte erhältst, das heißt Bücher, irgendwelche Guides, Erklärungen und so weiter und so fort. Und natürlich der große Vorteil ist der folgende, nämlich wenn ich auf der Plattform arbeiten würde, würde ich einfach Folgendes tun und ich weiß übrigens auch, dass es funktioniert, weil viele von meinen Flipping-Schülern auf Gengo aktiv sind, du kannst natürlich auch jederzeit die Texte nehmen, die dir geschickt werden über Gengo, die einfach zum Beispiel halt in Google-Übersetzer oder was auch immer reinhämmern und dann wie gesagt die Übersetzung, die Google-Übersetzer ausspuckt, nochmal verbessern, sodass es sich dabei dann halt um eine Perfekt-Übersetzung handelt. Bitte nochmal, versteht mich hier nicht falsch, ich möchte nicht, dass ihr einfach nur den Text in Google-Übersetzer reintut und dann diese Übersetzung abschickt an euren Kunden, nein, das bitte nicht, sondern einfach nur, um halt schon mal ein Grundkonstrukt fertig zu haben. Weil nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du würdest ein Buch übersetzen oder du müsstest halt ein Buch übersetzen von 200 Seiten oder sowas, dann könntest du natürlich jedes einzelne Wort übersetzen und jeden einzelnen Satz übersetzen und das dauert ewig oder du machst einfach folgendes, du nimmst das Buch, packst das zum Beispiel in Google-Übersetzer rein oder einen anderen besseren Übersetzer, wenn du einen kennst, wie zum Beispiel, also wie gesagt, es gibt ja noch so ein paar andere, die sinnvoll sein könnten, obwohl, ja, Google-Übersetzer ist nicht schlecht, einfach den Text zum Beispiel dort reintun und dann halt diesen Text nochmal überarbeiten, wenn er praktisch von Google-Übersetzer ausgespuckt wurde und dann, wie gesagt, diese beiden Texte miteinander abgleichen, das heißt einmal das Original in der Fremdsprache und dann, wie gesagt, nochmal die Übersetzung, die du praktisch aus dem Google-Übersetzer rausgeholt hast, sodass halt wirklich die Übersetzung auch perfekt ist und nicht die Standard-Google-Übersetzung ist. Genau, Gengo, wie gesagt, in sich ist eine Plattform, wo du auch jede Woche ausbezahlt wirst, bei Gengo hast du meines Erachtens nicht besonders viel Potenzial, du wirst also nicht über Gengo 2.000, 3.000, 3.000, 4.000 Euro mal verdienen, sondern ich denke mal eher, du wirst hier bei einem Studentenlohn beziehungsweise vielleicht, wenn du gut bist, bei einem Tausender oder so landen. Es ist halt einfach wieder so eine Plattform, wo du kleinere Aufträge nehmen kannst oder auch größere, wo es gerne auch mal ein wenig Zeit dauern kann, bis du einen Auftrag fertig hast, aber wenn du mal eine freie Minute hast oder du weißt zum Beispiel, jeden Tag fährst du, weiß ich nicht, im Bus eine Stunde zur Arbeit oder so, dann kannst du natürlich diese Aufgaben und solche kleinen Aufgaben auf Gengo in dieser Zeit tatsächlich erledigen und kannst dir damit noch etwas hinzuverdienen. Dann, die dritte Plattform ist Clickworker und jetzt kommen wir mal wirklich zu Plattformen, wo man, ja, schon Geld verdienen kann, die ich aber normalerweise nicht meinen Coaching-Kandidaten empfehle. Ich denke aber dennoch, dass wir diese Plattform hier mal nennen sollten. Übrigens, dieses Video hier, wo ich euch nochmal einige Einkommensströme zeige, die vielleicht kaum bekannt sind, ich werde noch viele, viele weitere machen. Das heißt, ich sage jetzt euch nicht unbedingt, Clickworker ist die beste Plattform, geht da hin. Clickworker ist einfach eine Plattform, wo du ganz, ganz kleine Aufgaben machst. Also, zum Beispiel diese Plattform ist relativ ähnlich zu Amazon Mechanical Turk. Zum Beispiel bei Amazon Mechanical Turk oder auch bei Clickworker ist es so, dass du ganz, ganz kleine Aufgaben machen musst, wie zum Beispiel eine Werbung schauen oder zum Beispiel Daten eintragen oder einen kleinen Text schreiben oder was auch immer und da wirst du halt für diese kleinen Mikroaufgaben bezahlt. Wenn du sehr, sehr schnell bist, kannst du hier auf der Plattform auch so etwas wie 2000 Euro gut im Monat verdienen. Wenn du eher ein bisschen langsam bist, dann hast du halt, ja, vielleicht kriegst du ungefähr einen tausendem Ort raus, was auch immer. Also, ich kenne zum Beispiel eine Person, das ist tatsächlich sogar einer meiner Udemy-Schüler gewesen, der halt auch über Clickworker arbeitet und gleichzeitig auch bei Amazon Mechanical Turk ist und der hat mir zum Beispiel gesagt, dass es wirklich darauf ankommt, zu welcher Jahreszeit auch du auf dem Plattform aktiv bist. Nämlich, es gibt einige Tage oder einige Monate im Jahr, wo halt sehr viele Aufträge bestehen oder existieren bei anderen Plattformen oder halt bei bestimmten Monaten, bestimmten Zeiten im Jahr, kann es gut sein, dass auf einmal weniger Aufträge reinkommen. Es kommt auch natürlich darauf an, welche Qualität von Aufgaben das sind. Zum Beispiel, es kann gut sein, dass du ganz, 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 ganz kleine Aufgaben erledigst und dafür irgendwie 5 Cent oder 1 Cent oder 3 Cent oder was auch immer bekommst. Bei größeren Aufgaben kann es aber auch gut sein, dass du ein paar Euro für eine erledigte Aufgabe bekommst. Man versucht natürlich eher, sich an diesen großen Aufgaben zu orientieren und diese zu erledigen anstatt ganz, ganz viele kleine. Bloß oft ist es halt so, dass diese großen Aufgaben nicht so in Hülle und Fülle existieren wie die vielen, vielen kleinen. Zum Beispiel, kleine Aufgaben können sein, sowas wie Daten eintragen. Da siehst du zum Beispiel ein paar Fotos und dann trägt man von diesen Fotos Daten in eine Tabelle ein und diese Tabelle schickt du dann an den Auftraggeber und du hältst dann dafür zum Beispiel, sagen wir, bei 30 Cent oder was auch immer. Ich würde grundsätzlich solche Plattformen eher nicht empfehlen, einfach nur aus folgendem Grund. Du kannst damit nicht unbedingt dein Unternehmen skalieren. Du wirst damit dich totarbeiten für wenig Geld und schlussendlich ist das einfach keine gute Strategie. Bloß, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich brauche dringend Geld, ich habe keinen weiteren Weg irgendwie gefunden, Geld zu verdienen und diese Ausrede lasse ich nicht gelten, weil du nämlich hier diesen Kanal schaust. Aber wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich kenne keinen anderen Weg, Geld zu verdienen, dann vielleicht würde ich sagen, gut, Clickworker, könnte hier eine Alternative sein, zumindest eine Short-Term-Alternative, bloß im Long-Term. Bitte, bitte, bitte macht das nicht. Dann die nächste Plattform ist AdClick und AdClick finde ich persönlich sehr interessant, weil ich sie seit der Gründung beziehungsweise seit die Seite online gegangen ist, so ein bisschen beobachtet habe. AdClick ist eine Plattform, wo ich ehrlich zugeben muss, wo ich kein Geld verdiene. AdClick ist aber eine Plattform, die sehr, sehr viele Leute mir vorgeschlagen haben. Was genau ist das? AdClick ist eine Plattform und ich bin hier übrigens nicht gesponsert von denen. AdClick ist einfach nur eine Plattform, wo du für andere Firmen zum Beispiel Leads generieren kannst und diese Firmen zahlen dir dann eine bestimmte Summe pro Lead. Zum Beispiel nehmen wir mal an, du würdest jetzt eine Werbeanzeige oder was auch immer für die aufsetzen, für die Firma und würdest Leads sammeln. Dann würde diese Firma zum Beispiel dir 50 Cent pro Lead zahlen. Oder zum Beispiel, du hast eine große Facebook-Gruppe oder einen großen E-Mail-Newsletter oder was auch immer und schickst halt raus so ein kleines Skript oder so einen kleinen, ja, so einen Link zu einer Webseite oder wo auch immer, wo Leute zum Beispiel halt ihre E-Mail-Adressen eintragen können oder du lieferst einfach an die Firma weiter, sag ich jetzt mal, die Leads, die du gesammelt hast. Dann kriegst du halt pro Lead zum Beispiel eine bestimmte Summe Geld wie halt 50 Cent, ein Euro, manche habe ich auch schon gesehen, 4, 5 Euro pro Lead. Oder, und das ist noch die zweite Option, du kannst natürlich hier auch jederzeit, ja, Produkte promoten, das heißt typisches Affiliate-Marketing oder du kannst halt für andere Leute Klicks generieren. Du kannst also praktisch dann zum Beispiel Links nehmen, die zu bestimmten Plattformen hinführen und du nimmst diesen Link, kriegst halt einen persönlichen Identifier, was einfach bedeutet, dass der Link dann zurückverfolgt werden kann, sodass man halt sehen kann, okay, über diesen Link sind zum Beispiel 10.000 Leute auf die Seite kommen oder 100 Leute oder was auch immer und für jede Person, die auf den Link klickt und dann halt auf die Seite von dieser Firma geht, erhältst du eine bestimmte Anzahl an Cent. Also zum Beispiel kann es gut sein, dass, nehmen wir mal an, eine Firma zahlt dir 2 Cent pro Klick, dann würdest du zum Beispiel, wenn du in Facebook-Gruppen den ganzen Tag postest und vielleicht klicken da irgendwie 100 Leute am Tag, dann würdest du halt damit 2 Euro verdienen. Es gibt hier noch ein paar andere Geschäftsmodelle beziehungsweise andere Wege Geld zu verdienen, aber das sind halt die drei typischen, nämlich einmal Leads, dann reines Produktmarketing, also Affiliate-Marketing und dann halt, du wirst dafür bezahlt, dass du, dass Leute auf deine, oder auf die Link klicken, auf die Links klicken, die du von anderen Leuten nimmst und dann promotest. Und dann noch eine weitere Plattform, die ich euch vorstellen möchte, ist Paul Kemper und über die hatte ich schon mal vor einiger Zeit gesprochen. Nämlich Paul Kemper, so eine Plattform, wo ich einen guten Kumpel habe, der da tatsächlich Investments richtig macht, nämlich der macht folgendes, der kauft alte Wohnmobile ein, möbelt die auf und vermietet sie dann über Paul Kemper. Nochmal, ich bin von keiner von diesen Firmen hier gesponsort, das ist einfach nur eine Firma, die ich ganz interessant finde, nämlich die Rendite ist erstaunlich gut bei diesen Firmen. Nämlich Paul Kemper macht folgendes, du kannst hier dein Wohnmobil abliefern und die vermieten dann für dich das Wohnmobil, halten das auch bis zum gewissen Grad in Schuss, kümmern sich darum, dass das auch nicht verramscht wird und so weiter und so fort und es kann gut sein, dass du hier Renditen hast von 20 bis 40 Prozent pro Jahr. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt dein Wohnmobil hier ausgemietet wird und die Leute zahlen sagen wir mal ein Hunni pro Tag oder 200 pro Tag oder was auch immer für dein Wohnmobil und nehmen wir mal an, du kaufst das ein für 20, 30.000, möbelst das ein bisschen auf, hast vielleicht 40.000 ausgegeben und die vermieten das wirklich durchgehend im Jahr für dich, kann es gut sein, dass du in dem Jahr da fünfstellige Summen pro Wohnmobil generierst und damit halt wie gesagt eine ordentliche Rendite generierst. Also hierbei handelt es sich nicht unbedingt meines Erachtens um eine aktive Einnahmequelle, sondern eher halt ist das mehr oder minder ein Investment, wenn du zufällig ein Wohnmobil haben solltest, wäre das denke ich mal eine interessante Plattform, bloß wenn du zum Beispiel auch in diesen Bereich Investments gehen möchtest und sagst, okay, ich habe einfach mal 20, 30.000 auf der hohen Kante oder ich kenne jemanden, der ein Wohnmobil hat und das steht einfach nur rum auf dem Grundstück und der benutzt das nicht, dann wäre natürlich hier sowas ganz interessant, einfach mal das Wohnmobil dort reinzustellen und falls sich Leute für das Wohnmobil interessieren, kann wie gesagt Paul Kemper das dann für dich vermieten, sie kümmert sich dann nochmal um einige Dinge, sodass du dich auch nicht darum kümmern musst, dass zum Beispiel das Wohnmobil sauber ist und so weiter und so fort, das soweit ich weiß, macht alles diese Plattform und du erhältst praktisch dann einfach nur deine monatlichen Auszahlungen und weißt dann, wie viel Geld du tatsächlich verdient hast. Aber gut, das war es nun hier wieder für dieses Tutorial. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann geh doch gerne in die Videobeschreibung, dort befindet sich ein Link zu meinem Coachingprogramm. Vielen Dank nochmal und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.